Teil 2 Im Land der Heiligen Erstes Kapitel Auf der großen Alkali-Ebene Im Innern des Festlandes von Nordamerika liegt eine dürre, unwirtliche Wüstengegend, die sich jahrhundertelang als ein unübersteigliches Hemmnis für jeden Fortschritt der Zivilisation erwiesen hat. Diese große Einöde, welche der Yellowstone River im Norden, der Colorado im Süden begrenzt, dehnt sich von der Sierra Nevada bis Nebraska in schauerlichem Todesschweigen aus. Es herrscht zwar auch hier keine Einförmigkeit in der Natur, hohe Schneeberge wechseln mit düsteren Talgründen, reißende Ströme stürzen durch zerklüftete Bergschluchten, die endlosen Ebenen, die der Winter in ungeheures Schneefelder verwandelt, sind im Sommer unter einer grauen Decke von salzigem Alkali-Staub begraben. Doch eine schrecklichere, trostlosere Gegend findet sich nirgends. Dies Land des Grauens ist menschenleer. Einzelne Scharen von Parnis oder Schwarzfuß-Indianern durchstreifen es wohl, um andere Jagdgründe aufzusuchen, aber selbst die tapfersten Rothäute froh locken, wenn die gefürchteten Salzebenen hinter ihnen liegen und sie wieder über ihre geliebte Steppe schweifen. Hier lauert nur der Kojote im Gestrüpp, der Bussard fliegt schwerfällig durch die Luft und der teppische, graue Bär sucht in den dunklen Schluchten der Felsengebirge seine kerkliche Nahrung. Dies sind die einzigen Bewohner der schauerlichen Wüste. Eine trübseligere Aussicht findet man auf Erden nicht als den Blick von den nördlichen Höhen der Sierra Blanca, soweit das Auge reicht, nichts als die endlose flache Ebene, hier und da ein verkrüppeltes Schaperalgebüsch und Haufen von Alkali-Staub, der die ganze Gegend bedeckt. Am fernsten Horizont zieht eine Gebirgskette hin, deren zerklüftete Gipfel mit Schnee bedeckt sind. Meist ist kein lebendiges Wesen zu erblicken, kein Laut unterbricht die fürchterliche Stille, starres, totes Schweigen herrscht ringsumher. Mitten in der Wüste aber gewahrt man, in der weiten Ferne sich verlierend, eine Karawanenstraße. Manches Fuhrwerk hatte dort tiefe Räderspuren im Boden zurückgelassen, viele Glücksjäger haben mit wandernem Fuß das Erdreich festgetreten. Hier und da glänzt etwas Weißes in der Sonne und hebt sich grell von der grauen Alkali-Schicht ab. Wir betrachten es näher und erkennen, dass es Gebeine sind. Die Derberen sind Knochen von Zugtieren, die Feineren von Menschen. 1500 Meilen lang lässt sich diese Totenstraße an den irdischen Überresten derjenigen verfolgen, die hier am Weg niedergesunken sind. Dies war der Ausblick, der sich am 4. Mai des Jahres 1847 einem einsamen Wanderer darbot, welcher von einer kleinen Anhöhe ins Tal hinab sah. Ob der Mann ein Vierziger oder Sechziger war, ließ sich schwer entscheiden. Sein eingefallenes, abgezerrtes Gesicht, die vorstehenden Backenknochen, die braune, runzlige Haut, das lange, wie mit weißen Fäden durchzogene Haupt- und Barthaar gaben ihm das Ansehen eines hinfälligen Kreises. Seine Augen, die mit unnatürlichem Glanz funkelten, lagen tief in den Höhlen. Die Hand, welche die Flinte hielt, war dörr und abgemagert wie bei einem Gerippe. Seine Kleider schlotterten ihm am Leibe. Und doch, wie er so dastand, auf die Waffe gelehnt, ließ seine hohe, stark knochige Gestalt auf eine zähe, urkräftige Natur schließen. Das hagere Gesicht, die zusammengeschrumpften Glieder verrieten nur das deutlich den Grund seines verfallenen Aussehens. Der Mann war dem Tode nah. Er kam langsam um vor Hunger und Durst. Mühselig hatte er sich in die Schlucht hinuntergeschleppt und den Hügel hinauf, in der vergeblichen Hoffnung, irgendein Anzeichen zu entdecken, dass Wasser in der Nähe sei. Jetzt lag die große Salzwüste vor ihm, von der fernen Bergkette eingerahmt, ringsumher weder Baum noch Kraut, keine Spur einer Feuchtigkeit. Er schaute nach Norden, nach Osten und Westen mit gierigen Blicken. Aber wie weit sich das Land auch dehnte, nirgends war für ihn ein Schimmer von Hoffnung. Nun sah er ein, dass seine Wanderung ihr Ende erreicht habe und er hier auf der öden Klippe seine Todesstunde erwarten müsse. Oh, ob jetzt auf hartem Stein oder zwanzig Jahre später im weichen Bett, es macht wenig Unterschied, murmelte er, sich an die Felswand lehnend. Ehe er sich niedersetzte, hatte er zuvor seine Flinte auf den Boden gelegt und daneben ein großes Bündel, das er in einem grauen Schaul eingeknüpft über der rechten Schulter getragen. Das Bündel schien zu schwer für seine geschwächten Kräfte und fiel etwas unsanft zur Erde, als er es abnahm. Da ließ sich ein leiser Schmerzensschrei vernehmen und aus der grauen Umhüllung kam ein erschrecktes Gesichtchen mit hellen braunen Augen zum Vorschein und zwei niedliche kleine Fäustchen. Du hast mir wehgetan, klagte eine Kinderstimme in vorwurfsvollem Ton. Wirklich, erwiderte der Mann bedauernd, das tut mir leid. Dabei knüpfte er das Bündel auf und heraus sprangen etwa fünfjähriges Mädchen, dessen zierliche Schuhe, rosa Röckchen und weiß kleines Schürzchen auf mütterliche Sorgfalt deuteten. Die Kleine war bleich und mager, doch ließen die rundlichen Ärmchen und Beinchen erkennen, dass sie weniger Mangel gelitten hatte als ihr Gefährte. Ist dennoch nicht wieder gut? fragte er ängstlich, als sie sich noch immer das goldgelbe Lockenhaar auf dem Hinterkopf rieb. Gib mir einen Kuss darauf, dann wird es heil, versetzte sie ernsthaft auf die schmerzende Stelle zeigend. So macht es meine Mutter immer. Wo ist denn Mama? Fortgegangen, aber du wirst sie bald wiedersehen, glaube ich. Fort, sagst du? rief die Kleine. Na, sowas. Sonst ging sie nie zu Tante rüber, ohne erst behüt Gott zu sagen. Und jetzt ist sie schon drei Tage weg. Mir ist so trocken im Mund. Hast du kein Wasser oder etwas zu essen? Nein, Herzchen, es ist nichts da. Hab nur noch ein weichen Geduld, dann wird alles gut. Leg dein Köpfchen auf meine Schulter. So, nun ist schon besser. Mir klebt die Zunge am Gaumen, dass ich kaum sprechen kann, aber ich muss dir doch sagen, wie die Sachen stehen. Was hast du denn da in der Hand? So was Hübsches, das glänzt und funkelt, rief die Kleine, entzückt, zwei Stückchen glimmerschiefer emporhaltend. Wenn wir heimkommen, bringe ich sie Bruder Bob mit. Du wirst bald schönere Spielzeug kriegen, sagte der Mann zuversichtlich. Wart nur noch ein wenig, aber was ich dir sagen wollte. Weißt du noch, wie wir vom Fluss fortzogen? Freilich. Siehst du, wir glaubten, es käme bald ein anderer Fluss, aber er kam nicht. Ich weiß nicht, waren die Karten falsch oder der Kompass oder woran es lag. Das Wasser ging uns aus. Nur für dich war noch ein Tröpfchen da und... Du konntest dich gar nicht waschen, sagte sie, ihm ernsthaft in das dunkle Gesicht blickend. Nein, und auch nicht trinken. Mr. Bender sank zuerst um und dann der Indianer Pete, dann Mrs. McGregor, dann Johnny Holmes und dann, Herzchen, auch deine Mutter. Ist Mutter auch tot? Die Kleine verbarg ihr Gesichtchen in der Schürze und schluchzte bitterlich. Ja, alle außer uns beiden. Ich hoffte, in dieser Richtung würde Wasser zu finden sein. So lud ich dich denn auf die Schulter und wanderte fort mit dir. Aber es hat nichts genützt und jetzt weiß ich auch keine Hilfe mehr. Das Kind hörte plötzlich auf zu weinen. Du meinst, wir werden auch sterben? Fragte es die nassen Augen zu ihm aufschlagend. Dazu wird's wohl kommen. Warum hast du denn das nicht gleich gesagt? Rief die Kleine und lachte hell auf. Du hast mich so erschreckt. Natürlich kommen wir wieder zur Mutter, wenn wir sterben. Du gewiss, Herzchen. Und du auch. Ich will ihr sagen, wie schrecklich gut du gewesen bist. Sie kommt uns gewiss am Himmelstor entgegen mit einem großen Krug Wasser und frisch gebackenen Buchweizenkuchen. Heiß und knusprig, wie sie Bob und ich gern haben. Wie lange müssen wir noch warten? Ich weiß nicht. Nur kurze Zeit. Der Blick des Mannes war nach dem nördlichen Horizont zugewendet, wo in der blauen Luft drei dunkle Punkte schwebten, die jeden Augenblick an Umfang zunahmen. Jetzt erkannte man, dass es drei große Vögel mit braunem Gefieder waren, die über die Häupter der Wanderer kreisten und sich dann auf den nächsten Felsspitzen niederließen. Es waren Bussade, die Geier des Westens und Vorboten des Todes. Die Kleine klatschte in die Hände. Die können aber schön fliegen, rief sie fröhlich. Sag mal, hat denn der liebe Gott dies Land gemacht? Versteht sich, erwiderte ihr Gefährte, verwundert über die Frage. Er hat Illinois gemacht und Missouri, das weiß ich, fuhr das Kind fort. Aber diese Gegend ist lange nicht so hübsch, die hat gewiss jemand anders geschaffen und dabei das Wasser und die Bäume vergessen. Willst du nicht jetzt dein Gebet sagen? Die Stimme des Mannes zitterte. Soll ich? Es ist ja noch nicht Abend. Das tut nichts. Wenn es auch nicht die richtige Zeit ist, glaub nur, Gott hört dich doch. Sag dein Nachtgebet her, wie jeden Abend im Wagen, als wir über die Prärie fuhren. Warum betest du denn nicht selbst? Fragte die Kleine, verwundert zu ihm aufschauend. Ich weiß nicht mehr wie. Es ist so lange her, seit ich's getan. Ich hab die Worte vergessen. Sag du sie mir vor und ich bete mit. Noch ist's nicht zu spät. Dann musst du niederknien und ich auch, sagte sie und breitete den Schal auf die Erde. Du musst auch die Hände falten. So, du wirst sehen, wie gut das tut. Nebeneinander knieten sie am Boden, das kleine, plaudernde Kind und der wetterharte Wanderer. Ihr Unschuldsblick und sein abgezerrtes Antlitz waren nach oben gerichtet, zu dem wolkenlosen Himmel. Vor Gottes Angesicht flehten sie um Gnade und Vergebung. Der Ton seiner tiefen, rauen Stimme mischte sich in den hellen Klang der Irigen. Nachdem das Gebet gesprochen war, nahmen sie wieder Platz im Schatten der Felswand und bald schlummerte die Kleine sanft ein, an die breite Brust ihres Beschützers geschmiegt. Seit drei Tagen und Nächten hatte er sich weder Ruhe noch Rast gegönnt. Auch jetzt wollte er bei ihr wachen, aber die Natur forderte ihr Recht. Langsam fielen ihm die müden Augen zu, das Haupt sank ihm auf die Brust. Sein grauer Bord mischte sich mit den blonden Locken des Kindes und beide lagen zusammen in tiefem, traumlosem Schlummer da. Wäre der Wanderer noch eine halbe Stunde länger wach geblieben, er hätte ein seltsames Schauspiel erblickt. An dem äußersten Rand der großen Alkali-Wüste stieg eine Staubwolke auf, die sich zuerst kaum von dem Dunst der Ferne unterschied, bis sie allmählich höher und breiter wurde und eine dichte, undurchsichtige Masse bildete. Die Wolke wuchs und wuchs, bis kein Zweifel mehr war, dass sie nur durch eine ungeheure, sich bewegende Menge Menschen oder Tiere entstanden sein könne. Auf der Prärie würde man geglaubt haben, eine der großen Büffelherden, die dort grasen, sei im Anzug. Aber hier, in dieser dürren Wüstengegend, war an dergleichen nicht zu denken. Immer näher an die einsame Felswand, wo die beiden verschmachteten ruten, kam der Staubwirbel herangezogen. Jetzt unterschied man Fuhrwerke mit leinenem Verdeck und die Gestalten bewaffneter Reiter tauchten aus dem Dunst hervor. Es war eine Karawane, die nach dem Westen wanderte. Welch ein gewaltiger Zug! Als die Spitze desselben das Gebirge erreicht hatte, war am Horizont das Ende noch nicht abzusehen. Quer durch die weite Ebene erstreckte sich die lange Linie von Wagen und Karren, Reitern und Fußgängern. Große Scharen von Frauen schwankten daher unter Lasten, die sie trugen und Kinder trabten neben den Fuhrwerken oder guckten unter der weißen Leinwand hervor. Das konnte kein Trupp gewöhnlicher Auswanderer sein. Es war ein ganzes Nomadenvolk, welches Not oder Verfolgung zwang, sich eine neue Heimat zu suchen. Lautes Stimmgewöhr und Getöse erhob sich aus der Menschenmenge. Dazwischen knarrten die Räder und die Rosse wirrten. Aber die beiden müden Wanderer oben am Felsabhang weckte der Lärm nicht auf. An der Spitze der Kolonne ritten etwa zwanzig ernste Männer mit eisenharten Zügen. Sie waren mit Flinten bewaffnet und in grobe Stoffe gekleidet. Am Fuß der Felswand machten sie Halt und versammelten sich zu einem Kriegsrat. »Die Quellen liegen zur Rechten, meine Brüder«, sagte ein Mann mit glattem Gesicht und kurzgeschorenem grauen Haupthaar. »Ja, rechts von der Sierra Blanca, das ist auch der Weg nach dem Rio Grande«, versetzte ein anderer. »Fürchtet keinen Mangel«, rief ein Dritter. »Der Herr ließ einst Wasser aus dem Felsen fließen, er wird seine Auserwählten auch jetzt nicht verlassen.« »Amen, Amen«, fiel die ganze Schar ein. Eben wollten sie die Wanderung fortsetzen, als einer der Jüngsten einen Ruf der Überraschung ausstieß und nach einer Felsklippe deutete, auf welcher sein scharfes Auge etwas Rotes flattern sah, das sich grell von dem dunklen Gestein abhob. Wie auf Kommando fassten alle die Zügel ihrer Rosse fester und nahmen die Gewehre von der Schulter. Auch galoppierten von hinten neue Reiterscharen herbei, um den Vortrab zu verstärken. »Die Rothäute«, schallte es aus aller Mund. »Es können keine Indianer hier in der Nähe sein«, sagte der älteste Mann, welcher den Oberbefehl zu haben schien. »An den Pornys sind wir schon vorbeigekommen und andere Stämme gibt es hier nicht, bis wir jenseits der hohen Berge sind.« »Ich will hinaufsteigen, Bruder Stengersen«, schlug einer aus der Schar vor, »und nachsehen, was es bedeutet.« »Ich auch, ich auch«, riefen mehrere Stümmeln. »Lasst eure Pferde unten, wir wollen hier auf euch warten«, gebotte der Alte. Schnell stiegen die jungen Männer ab, banden ihre Pferde fest und kletterten die steile Anhöhe hinauf, rasch und geräuschlos, mit der Sicherheit und Geschicklichkeit geübter Kundschafter. Die Leute in der Ebene sahen ihre Gestalten, die sich klar gegen den Himmel abhoben, von Fels zu Fels aufwärts steigen. Jetzt hatten sie die Stelle erreicht. Es musste wohl ein seltsamer Anblick sein, der sich ihnen bot. Sie hoben ihre Arme in die Höhe und gaben auch sonst durch allerlei Zeichen die höchste Verwunderung zu erkennen. Auf der Platte, die den Gipfel des kahlen Hügels krönte, erhob sich ein einziger Felskegel, an diesem lehnte ein Mann mit langem Bart und verwittertem Gesicht. Seine tiefen, regelmäßigen Atemzüge zeigten, dass er in festem Schlaf lag. Neben ihm aber, die Ärmchen um seinen braunen, senigen Hals geschlungen, den goldenen Lockenkopf an seiner Brust gebettet, ruhte ein schlummerndes Kind. Die rosigen Lippen der Kleinen waren halb geöffnet und um ihre lieblichen Züge spielte ein friedliches Lächeln. Drei Raubvögel, die auf der Felsenspitze über ihnen gesessen hatten, flogen erschreckt auf, als sie der neuen Ankömmlinge ansichtig wurden. Ihr heiseres Geschrei weckte die Schläfer, die verwirrt um sich blickten. Der Mann richtete sich schlaftrunken auf und starrte in die Ebene hinunter, die noch vor kurzem so verödet gewesen war und auf der es jetzt wimmelte von Menschen und Tieren. Ein Fieberwahn, murmelte er, die Hand an die Stirn legend. Das Kind stand neben ihm, hielt sich an seinem Rock fest und sah mit großen, verwunderten Augen umher. Den Rettern gelang es schnell, die beiden Wanderer zu überzeugen, dass, was sie sahen, keine Täuschung ihrer Sinne, sondern Wirklichkeit sei. Einer der jungen Leute hob das kleine Mädchen auf seine Schulter, während zwei andere ihrem hageren Gefährten stützend unter die Arme griffen. Mein Name ist John Ferrier, sagte der Gerettete. Ich und die Kleine hier. Wir sind die einzigen Überlebenden von 21 Personen. Alle übrigen sind auf dem Weg vom Süden her vor Hunger und Durst verschmachtet. Ist es Ihr Kind? fragten die, welche ihn führten. Ja, mir gehört es, rief er mit entschlossener Miene. Ich habe es gerettet. Von heute an heißt die Kleine Lucy Ferrier und niemand außer mir hat ein Recht an sie. Wer seid denn aber ihr? fuhr er fort, seine mannhaften, sonnverbrannten Retter neugierig betrachtend. Das sind ja ganz endlose Schwärme, die da herangezogen kommen. Fast Zehntausende, versetzte einer der jungen Leute. Wir sind die verfolgten Kinder Gottes, die Auserwählten des Engels Mirona. Von dem habe ich noch nie gehört, meinte der Wanderer. Eine schöne Masse Menschen hat er auserwählt. Scherze nicht über heilige Dinge, sagte der andere streng. Du siehst vor dir das Volk, welches an die geoffenbarten Schriften glaubt, die auf goldene Tafeln dem heiligen Joseph Smith in Palmyra übergeben wurden. Im Staat Illinois in Nauvoo hatten wir unseren Tempel gegründet. Jetzt sind wir ausgezogen, um vor den gottlosen und gewalttätigen Menschen eine neue Zufluchtsstätte zu suchen, und wenn es auch mitten in der Wüste wäre. Die Erwähnung von Nauvoo schien bei John Ferrier eine Erinnerung zu wecken. Oh, jetzt verstehe ich, rief er. Seid ihr nicht die Mormonen? Jawohl, die Mormonen sind wir, riefen alle einstimmig. Und wohin geht ihr? Das wissen wir nicht. Die Hand Gottes führt uns durch unseren Propheten. Wir bringen euch zu ihm. Er muss entscheiden, was mit euch geschehen soll. Sie hatten inzwischen den Fuß des Hügels erreicht, wo die Pilger sie umdrängten. Bleiche Frauen mit demütiger Miene, muntere, kräftige Kinder und ernste Männer. Die große Jugend des Mädchens und die völlige Erschöpfung ihres Begleiters entlockte der Menge Ausrufe der Verwunderung und des Mitleids. Von neugierigen Scharen geleitet, schritten die Führer der Geretteten unverweilt vorwärts, bis sie einen Wagen erreichten, der sich durch besondere Größe und prächtige Zierrate vor allen anderen auszeichnete. Auch war er mit sechs Pferden bespannt, während die anderen nur zwei oder höchstens vier hatten. Auf dem Wagen saß ein Mann von etwa dreißig Jahren mit gewaltigem Haupt und entschlossenem Blick. Der Führer des Volkes. Er las in einem Buch mit braunem Einwand, das er bei dem Herannahmen der Menge beiseite legte, um dem Bericht über das Ereignis ein aufmerksames Ohr zu leihen. Dann wandte er sich in feierlichem Ton an die beiden Wanderer. »Wenn wir euch mit uns nehmen sollen«, sagte er, »so müsst ihr auch unseren Glauben bekennen. Wir dulden keine Wölfe in unserer Hürde. Weit besser, eure Gebeine bleichen hier in der Wüste, als dass ihr wie räudige Schafe die Ansteckung in die ganze Herde traget. Wollt ihr unter dieser Bedingung mit uns ziehen?« »Ich ziehe mit, unter jeder Bedingung, die ihr stellt«, rief Ferrier mit solchem Eifer, dass die Ältesten ein Lächeln nicht unterdrücken konnten. Der Anführer allein bewahrte sein ernstes, feierliches Wesen. »Nimm ihn mit, Bruder Stengersen«, befahl er, »gib ihm Speise und Trank, dem Kind auch. Es soll deine Aufgabe sein, ihn in unserer heiligen Lehre zu unterweisen. Doch jetzt haben wir lange genug gezögert. »Vorwärts! Auf nach Sion! Auf nach Sion!«, riefen die Mormonen im Chor, und der Ruf pflanzte sich in der langen Karawane von Mund zu Mund fort, bis nur noch ein dumpfes Gemurmel aus der Ferne herüberklang. Die Peitschen knallten, die Räder der großen Fuhrwerke setzten sich in Bewegung, und bald zog die ungeheure Schar wieder ihres Weges dahin. Der Älteste, der die Sorge für die beiden Verirrten übernommen hatte, führte sie zu seinem Wagen, wo Ira schon eine Mahlzeit wartete. »Ihr dürft hier bleiben«, sagte er. »In wenigen Tagen werdet ihr euch von euren Anstrengungen erholt haben. Vergesst aber nicht, dass ihr euch von jetzt an zu den Bekennern unseres Glaubens zählt.« Brian Young hat es gesagt, und aus ihm hat die Stimme Joseph Smiths geredet, welche die Stimme Gottes ist. Zweites Kapitel Die Blume von Utah Dies ist nicht der Ort, um die Drangsale und Beschwerden zu schildern, welche die ausgewanderten Mormonen zu erdulden hatten, bevor sie ihren neuen Zufluchtshafen erreichten. Von den Ufern des Mississippi waren sie nach den westlichen Abhängen des Felsengebirges gezogen und hatten dabei eine Ausdauer und Zähigkeit bewiesen, die einzig in der Geschichte dasteht. Gegen reißende Tiere und feindliche Wilde, gegen allerlei Mühsal, Krankheit, Hunger, Durst und jedes Hindernis, das die Elemente ihnen in den Weg legten, hatten sie siegreich gestritten, obwohl unter den Schrecknissen der langen Wanderung auch dem mutigsten Bange ums Herz geworden sein mochte. Als endlich das weite Tal von Utah im Sonnenschein zu ihren Füßen ausgebreitet lag, und sie aus dem Mund des Führers vernahmen, dass es das Land der Verheißung sei, der jungfräuliche Boden, welcher ihnen auf ewige Zeiten zu eigen gehören solle, da gab es wohl keinen unter der großen Schar, der nicht freudig auf die Knie gesunken wäre, um ein Dankgebet für seine Rettung im Port zu senden. Brigham Young zeigte bald in der Verwaltung der Ländereien ebenso viel Geschick, als er bei der Führung des Volkes bewiesen. Er ließ Vermessungen vornehmen und Pläne entwerfen, auf welchen die künftige Stadt verzeichnet war. Ringsumher wurde Ackerland abgesteckt und jedem ohne Rücksicht auf Rang und Stand zugeteilt. Der Arbeiter erhielt Beschäftigung in seinem Handwerk, der Handelsmann in seinem Gewerbe. In der Stadt entstanden wie durch Zauberschlag Straßen und Plätze. Auf dem Land wurden Bäume gefällt, Wiesen entwässert, eingezäunt und bepflanzt, sodass schon im nächsten Sommer der goldene Weizen auf den Feldern wogte. Alles gedieh in der wunderbaren Ansiedlung. Mitten in der Stadt wurde der große Tempel erbaut, welcher einen immer erstaunlicheren Umfang annahm. Vom ersten Morgengrauen bis zur sinkenden Dämmerung waren dort Hammer und Säge unermüdlich beschäftigt, denn es galt ja, ein Denkmal zu errichten, zu Ehren dessen, der sie durch alle Gefahren sicher geleitet hatte. John Farrier und seine kleine Schicksalsgefährtin, die er an Kindesstadt angenommen hatte, hatten die Mormonen bis ans Ende ihrer Pilgerfahrt begleitet. Die kleine Lucy war unterwegs keinen allzu großen Fährlichkeiten ausgesetzt gewesen. Sie durfte den Zug in dem Wagen des ältesten Stangersen mitmachen, in welchem sich außer ihr noch drei Frauen des Mormonen befanden und sein Sohn, ein eigenwilliges, zwölfjähriges Bürstchen. Mit leichtem Kindersinn hatte sie sich schnell von dem Kummer erholt, den ihr der Muttertod bereitet. Sie wurde der Liebling der Frauen und gewöhnte sich bald an das neue Leben unter dem beweglichen Leinwandszelt. Auch Farrier erholte sich nach kurzer Zeit von den ausgestandenen Beschwerden. Er wusste, sich als erfahrener Führer und unermüdlicher Jäger seinen neuen Gefährten nützlich zu machen und ihre Achtung zu erwerben. Als man das Ziel der Wanderung endlich erreicht hatte, wurde ihm ein ebenso großes und fruchtbares Ackerland zugewiesen wie allen übrigen Ansiedlern. Außer Brigham Young selbst erhielten nur die vier Hauptältesten, Stangersen, Campbell, Johnston und Drabber, ansehnlichere Besitztümer. Auf dem ihm zugefallenen Strich Landes baute sich John Farrier ein festes Blockhaus, das er im Laufe der Jahre vergrößerte, bis es ein geräumiger Landsitz wurde. Er war eine durchaus praktische Natur, geschickt zu jedem Handgriff, klug und besonnen in allem, was er unternahm. Eine eiserne Gesundheit setzte ihn in den Stand, von früh bis spät tätig zu sein, beim Anbau seines Grund und Bodens. Dieser angestrengte Fleiß brachte ihm reichliche Früchte und sein Hab und Gut mehrte sich zusehend. Nach Ablauf von drei Jahren besaß er mehr als seine Nachbarn, nach sechs Jahren war er wohlhabend, nach neun Jahren reich und als zwölf Jahre um waren, gab es in der ganzen Stadt am Salzsee kaum ein Dutzend Leute, die sich mit ihm vergleichen konnten. Von dem großen Binnensee bis zu dem Wasatch-Gebirge kannte und schätzte man John Farriers Namen allgemein. Einen Punkt gab es jedoch, in welchem er den Anforderungen seiner Glaubensbrüder nicht genügte. Kein Drängen und keine Überredungskunst konnte ihn bewegen, sich einen weiblichen Hausstand nach Art seiner Gefährten einzurichten. Er gab für seine hartnäckige Weigerung keine Gründe an, sondern begnügte sich damit, unerschütterlich bei seinem Entschluss zu verharren. Manche beschuldigten ihn deshalb der Lauheit gegen die Religionsgemeinschaft, der er beigetreten war. Andere meinten, er handle aus Habgier und wünsche die Kosten zu sparen. Wieder andere sprachen von einer früheren Liebesgeschichte und sagten, er habe im Osten ein blondes Mädchen zurückgelassen, das er nicht vergessen könne. Eins nur war sicher, Farrier blieb ein für allemal unvermehlt. In jeder anderen Hinsicht unterwarf er sich aber den herrschenden Gebräuchen und galt für ein strenggläubiges Mitglied der jungen Ansiedlung. Lucy Farrier wuchs in dem Blockhaus auf und half ihrem Pflegevater bei allen seinen Unternehmungen. Das Kind gedieh in der scharfen Bergluft und den balsamischen Fichtenwäldern besser, als wenn es die Pflege der besorgtesten Mutter und Wärterin genossen hätte. Wie die Jahre flohen, wurde ihre Gestalt schlanker und kräftiger, ihre Wangen röteten sich, ihr Schritt gewann an Elastizität. Allmählich und unmerklich hatte sich die Knöspe zur Blume entfaltet. Mancher Wanderer, den seinen Weg auf die Landstraße an Farriers Besitztum vorbeiführte, sah dem anmutigen Mädchen mit Wohlgefalle nach, wenn sie durch die Weizenfelder schritt oder auf ihres Vaters Mustang einhergeritten kam, den sie leicht und sicher zu regieren verstand, wie ein echtes Kind des Westens. Zur Zeit, als John Farrier für den reichsten Farmer an den westlichen Abhängen des Felsengebirges galt, war Lucy zur Jungfrau erblüht. Unversehens hatte sie die Schwelle der Kindheit überschritten und nun kam auch für sie der Tag, an dem sie das Erwachen eines neuen, schöneren Lebens in ihrem Innern mit Stolz und Freude empfand. Ein Ereignis trat ein, das nicht nur für Lucys Zukunft von den wichtigsten Folgen war, sondern auch auf das Schicksal vieler anderer einen entscheidenden Einfluss übte. An einem warmen Junimorgen waren die Heiligen des jüngsten Tages nach ihrer Gewohnheit geschäftigt wie die Bienen, die sie sich zum Vorbild erwählt hatten. Überall auf den Feldern und in den Werkstätten vernahm man das Gewirr und Gesumme menschlicher Tätigkeit. Auch auf den staubigen Landstraßen herrschte ein buntes Leben. Dort trabten lange Züge schwer beladener Maultiere einher, die alle nach dem Westen zogen, denn das Goldfieber war in Kalifornien ausgebrochen und wer zu lange dorthin wollte, den führte seinen Weg an der Stadt der Auserwählten vorbei. Zugleich mit den Scharen dieser Einwanderer, die sich mit ihren ermatteten Tieren mühsam weiterschleppten, auf der endlosen Fahrt, begegnete man großen Herden von Schafen und Jungvieh, welche die ferner gelegenen Weideplätze verlassen hatten. Auf der Straße war ein dichtes Gedränge von Menschen und Tieren entstanden, aber mitten durch das Gewühl hindurch galoppierte Lucy Ferrier, sich als geschickte Reiterin einen Weg bahnend. Ihre Wangen waren gerötet von der raschen Bewegung, ihre kastanienbraunen Locken flogen im Wind. Der Vater hatte sie mit einem Auftrag nach der Stadt geschickt und sie jagte in jugendlichem Mut, wie sie schon so oft getan, furchtlos dahin, um ihn auszurichten. Mehr als einer der wegemüden Abenteurer blickten dem kühnen Mädchen bewundert nach. Ja, selbst der stoische Indianer, der mit seinem erbeuteten Pelzwerk beladen heimkehrte, wurde von Staunen ergriffen über die Schönheit des lieblichen Bleichgesichts. Schon hatte Lucy die ersten Häuser der Stadt erreicht, als eine große Rinderherde, die in der Hut ihrer wildblickenden Treiber von der Steppe daherzog, ihr plötzlich den Weg versperrte. Ungeduldig über dies Hindernis sprengte sie in die erste beste Lücke hinein, die sich zu öffnen schien. Kaum aber hatte sie das getan, als die gehörten Scharen hinter ihr nachdrängten und sie sich mit ihrem Pferd fest eingekalt sah in dem unaufhaltsamen vorwärtsflutenden Strom. Ohne über ihre Lage zu erschrecken, benutzte sie geschickt jeden Vorteil, der sich ihr bot, um weiterzukommen und trieb ihr Pferd an, in der Hoffnung, sich einen Weg durch die Herde zu bahnen. Dabei geriet jedoch ein junger, feuriger Stier in allzu naher Berührung mit dem Mustang und stieß seine Hörner in dessen Weichen. Das Pferd wurde wild, stieg auf die Hinterbeine, schnaubte und schüttelte sich mit solcher Heftigkeit, dass Lucy ihre ganze Kunst anwenden musste, um sich im Sattel zu halten. Die Gefahr, in der sie schwebte, war groß. Bei jedem Sprung stieß das Pferd wieder gegen die spitzigen Hörner und wurde zu neuer Wut gereizt. Wenn es seine Reiterin abwarf, wäre diese ohne Erbarmen von den Hufen der ungefügen, erschreckten Stiere zu Tode getreten worden. Der aufgewirbelte Staub drohte sie zu ersticken, ein Schwindel ergriff sie und schon begann ihre Hand, die den Züge hielt, zu erlahmen. Die Kraft würde ihr versagt haben, wenn nicht in diesem Augenblick ein herzhafter Zuruf dicht neben ihr sie mit neuem Mut erfüllt hätte. Eine braune, senige Faust ergriff den Mustang beim Zaum und machte ihm Bahn mitten durch die Herde, bis er wieder freien Spielraum vor sich sah und sich ungehindert bewegen konnte. »Ich hoffe, Sie haben keinen Schaden genommen, Miss«, sagte Lucys Retter in ehrfurchtsvollem Ton. Sie sah ihn beherzt in das dunkle, kühne Antlitz und erwiderte unbefangen, »Einen furchtbaren Schrecken habe ich gehabt. Wer hätte auch denken können, Poncho würde sich von einer Herde Ochsen ins Boxhorn jagen lassen.« »Gottlob, dass sie sich fest im Sattel hielten,« sagte der andere ernst. Er war ein junger Bursche von kräftigem Gliederbau und etwas verwildertem Äußern, trug ein grobes Jägerwams, eine lange Büchse über der Schulter und ritt auf einen mächtigen Braunfuchs. »Sie sind wohl John Ferriers Tochter?« fuhr er fort. »Ich sah ihn unten von seinem Haus wegreiten. Fragen Sie ihn doch einmal, ob er sich noch an Jefferson Hope aus St. Louis erinnert. Wenn er der Ferrier ist, den ich meine, müssen mein Vater und er gute Freunde gewesen sein.« »Wollen Sie nicht lieber kommen und ihn selbst danach fragen?« entgegnete sie mit freundlicher Miene. Dem jungen Mann schien der Vorschlag zu behagen, seine dunklen Augen glänzten vor Vergnügen. »Das will ich tun«, sagte er. »Ich bin zwar jetzt mit meinem Kameraden zwei Monate im Gebirge gewesen, da sehen wir nicht gerade besuchsmäßig aus. Vielleicht nimmt Mr. Ferrier aber mit uns für lieb, wie wir sind.« »Mein Vater ist Ihnen großen Dank schuldig«, erwiderte sie. »Und ich gleichenfalls. Er hat mich sehr lieb, und wenn mich die Tiere zu Boden getreten hätten, wäre er nie wieder froh geworden.« »Ich auch nicht«, versicherte der Jäger. »Sie?« »Ja, was sollten Sie sich denn groß darum kümmern? Sie gehören ja nicht einmal zu unseren Freunden.« Die Miene des jungen Mannes verfinsterte sich so sichtlich, als Lucy Ferrier diese Äußerung tat, dass sie hell auflachte. »Nein, so meine ich das nicht. Natürlich sind Sie jetzt ein Freund unseres Hauses. Kommen Sie nur recht bald, uns zu besuchen. Doch ich muss weiter, sonst lässt mich Vater nie wieder ein Geschäft für Ihnen besorgen. Auf Wiedersehen!« »Auf Wiedersehen!« sagte er, sich über ihre kleine Hand beugend und nahm seinen breiten Sombrero ab. Sie ließ ihren Mustang eine kühne Schwenkung machen, versetzte ihm einen leichten Schlag mit der Peitsche und flog davon, die Landstraße hinunter, eine hohe Staubwolke hinter sich aufwirbelnd. Der junge Jefferson Hope ritt mit seinen Gefährten langsam und schweigend weiter. Sie waren im Gebirge von Nevada gewesen, um nach Silber zu suchen und kamen jetzt in der Salzseestadt zurück, mit der Hoffnung, dort ein Kapital zusammenzubringen, um die Erzgänge ausbeuten zu können, welche sie entdeckt hatten. Er war voller Eifer für das Unternehmen gewesen, bis das heutige Erlebnis seinen Gedanken eine andere Richtung gab. Der Anblick des schönen jungen Mädchens, das so frisch und frei war wie die Luft im Gebirge, hatte sein ungestümtes, leidenschaftliches Herz bis in die innersten Tiefen erregt. Als sie ihm aus den Blicken entschwunden war, wusste er, dass ein Wendepunkt in seinem Leben eingetreten sei und dass weder die Silbermine noch sonst etwas auf der Welt für ihn von Bedeutung war, neben dem neuen, ihn ganz beherrschenden Gefühl. Die Liebe, die in seinem Innern erwachte, glich nicht der plötzlichen und veränderlichen Laune eines Knaben. Es war die wilde, unbezwingbare Leidenschaft eines Mannes von stolzem Sinn und starkem Willen. Alles, was er bisher unternommen hatte, war von Erfolg gekrönt gewesen. In seinem Herzen gelobte er sich, auch dies höchste Gut zu erringen, wenn es für sein feuriges Streben irgendein erreichbar war. Noch am selben Abend besuchte er John Farrier und wurde seitdem ein häufig gesehener Gast in seinem Haus. Der alte Farmer war in den letzten zwölf Jahren ausschließlich mit seiner Arbeit beschäftigt gewesen und hatte sich wenig um die Außenwelt gekümmert. Durch Jefferson Hope erhielt er nun Kunde von dem, was sich draußen zugetragen und alles, was dieser erzählte, zog Lucy ebenso sehr an wie ihren Vater. Der junge Mann war als Pionier nach Kalifornien gegangen und wusste seltsame Dinge davon zu berichten, wie Reichtümer gewonnen und wieder verloren wurden in jenen Tagen wilder Begierde. Auch Pfadfinder war er gewesen und Pelzjäger, Silbergräber und Landwirt. Wo es galt, kühne Abenteuer zu bestehen, war Jefferson Hope überall als einer der Ersten zu finden. Der alte John Farrier, dem er bald lieb und wert wurde, ergriff jede Gelegenheit, um Gutes von ihm zu reden und ihm Lob zu spenden. Lucy schwieg dann meist still, aber ihre glühenden Wangen und hellen, glücksstrahlenden Augen verrieten nur zu deutlich, dass die Liebe in ihrem Herzen Einzug gehalten hatte. Ihr wackerer Vater gewahrte vielleicht nichts von solchen Anzeichen, aber dem Mann, welcher das holde Mädchen für sich zu gewinnen trachtete, blieben sie nicht verborgen. An einem Sommerabend stand Lucy auf der Schwelle des Hauses und sah Jefferson die Straße herabreiten und am Gittertor halten. Als sie die Stufen hinunter eilte, um ihn zu begrüßen, band er rasch sein Pferd an den Zaun und kam ihr auf dem Fußsteig entgegen. »Ich muss fort, Lucy«, sagte er, ihre Hand ergreifend und erzärtlich ins Auge blickend. »Ich will dich nicht bitten, mir schon jetzt zu folgen, wirst du aber bereit sein, mit mir zu ziehen, wenn ich zurückkehre.« »Und wann wird das sein?« fragte sie mit freudigem Erröten. »In einigen Monaten. Dann komme ich, Geliebte, und bitte um deine Hand.« »Was wird aber der Vater sagen?« »Er hat seine Einwilligung gegeben, wenn es uns mit den Silberminen glückt. Davor ist mir nicht bange.« »Nun, wenn ihr darüber eines Sinnes seid, der Vater und du, so darf ich keinen Einspruch erheben,« flüsterte sie und barg ihre glühenden Wangen an seiner starken Brust. »Gottlob!« rief er beglückt und drückte ihr einen innigen Kuss auf die Lippen. »Soweit ist alles gut. Lebe wohl, mein Herz. Ich darf nicht länger bleiben, sonst wird mir das Scheiden zu schwer. Die Kameraden warten auf mich in der Bergschlucht. In zwei Monaten sehen wir uns wieder. Lebe wohl!« Er riss sich aus ihrer Umarmung, sprang in den Sattel und trabte mit Windeseile davon. Nicht einen Blick warf er noch zurück, als fürchte er, die Kraft möge ihm versagen, wenn er sich noch einmal umschaute nach dem Glück, welches er verließ. Sie blieb am Gittertor stehen und sah ihm nach, bis er ihren Augen entschwunden war. Dann kehrte sie ins Haus zurück. Ein glückseligeres Mädchen als Lucy Ferrier gab es an jenem Abend in ganz Utah nicht. Drittes Kapitel John Ferrier spricht mit dem Propheten. Drei Wochen waren vergangen, seit Jefferson Hope mit seinen Gefährten die Salzseestadt verlassen hatte. Bei dem Gedanken an seine Rückkunft und den Abschied von der geliebten Pflegetochter wollte John Ferrier das Herz wohl oft schwer werden, aber ein Blick in ihre glücksstrahlenden Augen ließ ihn das eigene Leid vergessen. Er hatte von jeher fest bei sich beschlossen, dass sie nichts in der Welt bewegen sollte, sein Kind eine Mormonen zur Frau zu geben, weil er eine solche Ehe als Schmach und Schande ansah. Was er auch sonst über die Lehren der Mormonen denken mochte, in diesem einen Punkt war er unbeugsam. Doch hütete er sich wohl, etwas von seiner abweichenden Überzeugung verlauten zu lassen, denn im Land der Heiligen galt es damals für ein gefährliches Ding, andere als die strenggläubigsten Meinungen zu hegen. Selbst die Frömmsten wagten es nur mit der größten Vorsicht, über religiöse Angelegenheiten zu reden, aus Furcht, eins ihrer Worte möchte falsch ausgelegt werden und ein schnelles Strafgericht über sie heraufbeschwören. Die ehemaligen Opfer der Verfolgung waren jetzt selbst zu Verfolgern geworden und betrieben ihr Handwerk auf entsetzlichste Art. Weder die spanischen Inquisitoren noch die Fremdgerichte des Mittelalters oder die geheimen Gesellschaften Italiens besaßen je eine so furchtbare Gewalt, wie sie hier in Utah herrschte und die Gemüter mit Angst und Grauen erfüllte. Dass diese Herrschaft eine so unsichtbare und geheimnisvolle war, machte sie noch gefürchteter. Sie schien allwissend und allmächtig und doch war nichts von ihr zu sehen und zu hören. Ein Gemeindeglied, das sich dem Willen der Kirche nicht fügte, verschwand spurlos, ohne dass irgendjemand erfuhr, was aus ihm geworden ist. Daheim warteten die Seinigen auf den Vater, aber er kehrte nicht zu Weib und Kind zurück, um zu erzählen, was das heimliche Gericht über ihn verhängt habe. Auf ein rasches Wort, eine vielleicht unbedachte Tat, folgte oft Tod und Vernichtung, aber niemand wusste, wann das Verhängnis über ihm schwebte oder wessen Hand die Strafe vollzog. Anfangs sahen sich nur die Abtrünnigen bedroht, welche den Glauben der Mormonen bekannt hatten, sich aber später von ihnen loszumachen strebten. Dies wurde jedoch bald anders. Um die Vielweiberei aufrecht zu erhalten, bedurfte man einer zahlreichen weiblichen Bevölkerung und der Zuzug von Frauen begann abzunehmen. Es gingen seltsame Gerüchte um, dass Einwanderer auf dem Zug ermordet worden seien und ihre Lagerplätze ausgeplündert, in Gegenden, wohin keine Indianer je den Fuß gesetzt hatten. Zur selben Zeit sah man in den Harems der Ältesten fremde Frauen auftauchen, welche trostlos weinten und dahin siechten, im Antlitz den Ausdruck untilgbaren Entsetzens. Verspätete Wanderer im Gebirge erzählten von Banden bewaffneter und vermummter Gestalten, die geräuschlos und verstohlen im Dunkel an ihnen vorübergehuscht waren. Die zuerst unbestimmten Gerüchte traten bald in greifbarer Form und mit größerer Gewissheit auf. Sie wurden von allen Seiten bestätigt und geglaubt. Bis auf den heutigen Tag spricht man in den abgelegenen Farmhäusern des Westens noch mit Grausen von den danitischen Banden, die im Volksmund auch Wirkengel genannt wurden. Je mehr man von dem Walten dieser Schrecklichen erfuhr, umso größer wurde das Entsetzen vor ihnen in den Gemütern. Man wusste nicht, wer zu der gräulvollen Gesellschaft gehörte. Die Namen derer, welche unter dem Deckmantel der Religion ihre blutigen Gewalttaten verübten, blieben in undurchdringliches Dunkel gehüllt. Dem besten Freund selbst durfte man seine etwaigen Zweifel an der Sendung des Propheten nicht anvertrauen, denn leicht konnte er zu der Zahl der Rächer gehören, welche in nächtlichem Graus Vergeltung zu üben kamen. So misstraute denn ein Nachbar dem anderen und keiner wagte von den Dingen zu reden, die ihm vor allem am Herzen lagen. Eines Morgens wollte sich John Ferrier gerade zu einem Gang durch seine Weizenfelder rüsten, als er die Gittertür gehen hörte und einen starken, blondhaarigen Mann mittleren Alters den Fußweg heraufkommen sah. Er erschrak heftig, denn es war niemand anderes als der große Brigham Young in eigener Person. Voll böser Ahnungen, denn er wusste wohl, dass ein solcher Besuch nichts Gutes für ihn zu bedeuten habe, eilte Ferrier dem Oberhaupt der Mormonen entgegen. Brigham Young nahm seine ehrerbietige Begrüßung mit Kälte auf und folgte ihm schweigend ins Wohnzimmer. Bruder Ferrier, sagte er mit strenger Miene Platz nehmend und warf unter seinen hellfarbenen Augenbrauen hervor einen durchdringenden Blick auf den alten Farmer. Die wahren Gläubigen haben dir treue Freundschaft erwiesen. Als du nahe daran warst, in der Wüste zu verschmachten, nahmen wir dich auf in unserer Mitte, labten dich mit Trank und Speise und führten dich sicher in das Land der Verheißung. Dort gaben wir dir ein schönes Ackerland und ließen dich reich werden in unserem Schutz. Ist es nicht, wie ich sage? Ja, so ist es, bestätigte Ferrier. Zum Dank für alle Wohltaten stellen wir nur eine Bedingung, dass du den wahren Glauben annehmen und dich unseren Sitten und Gebräuchen unterwerfen solltest. Du gelobtest dies zu tun, aber wenn wir recht berichtet sind, hast du dein Versprechen nicht gehalten. Worin habe ich gefehlt? rief Ferrier. Habe ich nicht in die gemeinsame Kasse gesteuert? Habe ich nicht die Versammlungen im Tempel besucht? Habe ich nicht Wo sind deine Frauen? fragte Young sich umblickend. Rufe sie herbei, dass ich sie begrüßen kann. Es ist wahr, versetzte der Farmer. Ich habe nicht geheiratet, aber es war nur eine geringe Anzahl Frauen vorhanden und andere Gemeindeglieder hatten bessere Ansprüche als ich. Auch lebte ich nicht einsam. Meine Tochter sorgte für meine Notdurft. Gerade deine Tochter ist es, von der ich mit dir reden möchte, sagte der Führer der Mormonen. Sie ist zur Blume von Utah erblüht und Männer, die in hohem Ansehen unter uns stehen, haben ein Auge des Wohlgefallens auf sie geworfen. John Ferrier gingen die Worte wie ein schneidendes Schwert durchs Herz. Man erzählt von ihr, was ich nur ungern wiederhole, dass sie sich einem Ungläubigen versiegelt hat. Es muss wohl ein geschwätz müßiger Jungen sein, denn, wie lautet die 13. Regel im Gesetz Joseph Smiths des Heiligen, eine Tochter, die sich zum wahren Glauben bekennt, darf nur mit einem der Auserwählten in die Ehe treten. Heiratet sie einen Ungläubigen, so macht sie sich einer schweren Sünde schuldig. Es ist nicht möglich, dass du als Anhänger unserer heiligen Lehre deiner Tochter gestattet haben solltest, dies Gebot zu übertreten. John Ferrier gab keine Antwort, er atmete schwer. Im Heiligen Rat der Vier ist beschlossen worden, dass dieser einem Punkt zum Prüfstein für deinen Glauben dienen soll, fuhr der Prophet fort. Das Mädchen ist jung, wir wollen sie nicht einem Graubart vermählen und ihr sogar die Wahl lassen. Wir, die Ältesten, sind bereits wohl versehen, aber wir müssen auch für unsere Kinder sorgen. Stangerson und Trevor haben Söhne und jeder von ihnen würde deine Tochter mit Freuden in seinem Haus willkommen heißen. Sie soll sich für einen von ihnen entscheiden. Beide sind jung, reich und bekennen sich zu dem wahren Glauben. Was hast du darauf zu erwidern? Ferrier zog die Stirn in düstere Falten und schwieg eine Weile. Ihr werdet uns Zeit lassen, sagte er endlich. Meine Tochter ist sehr jung, noch kaum in heiratsfähigem Alter. Sie soll einen Monat Bedenkzeit haben, sagte Young von seinem Sitz aufstehend. Ist diese Frist zu Ende, so erwarten wir ihre Antwort. In der Tür wandte er sich noch einmal zurück, sein Gesicht war gerötet, seine Augen funkelten. Wenn jetzt dein und ihr Gebein im Wüstenstau bei der Sierra Blanca moderte, rief er mit Donnerstimme, es wäre weit besser für dich, John Ferrier, und für sie, als wenn ihr in eurer Ohnmacht wagen solltet, den Befehl des Heiligen Rats der Vier zu trotzen. Er erhob die Hand mit drohender Gebärde, dann verließ er das Haus und man hörte den Kies auf dem Fußweg unter seinen dritten Knirschen. Ferrier saß noch in trüben Sinnen, den Kopf in die Hand gestützt, als er sich leise an der Schulter berührt fühlte. Er blickte auf und sah Lucy neben sich stehen. Ihr bleiches, verstörtes Gesicht ließ ihm keinen Zweifel, dass sie wusste, was geschehen war. Ich konnte nicht anders, flüsterte sie voll Bangigkeit. Ich habe alles gehört, seine Stimme schallte durch das ganze Haus. Oh Vater, Vater, was sollen wir tun? Sei ohne Furcht, sagte er, sie an sich ziehend und ließ seine breite, raue Hand zärtlich über ihr braunes Haar gleiten. Irgendwie wollen wir's schon einrichten. Du hängst doch wohl nach wie vor an deinem Verlobten, nicht wahr? Sie schluchzte nur leise und drückte ihm die Hand. Ich hab's mir gleich gedacht, so ein hübscher Bursche und ein ordentlicher Christenmensch umdreien, denn das ist hier keiner von allen, trotz ihrer vielen Gebete und Predigten. Morgen reißt eine Gesellschaft nach Nevada ab. Da werde ich zusehen, dass ich ihm eine Botschaft schicken kann, um ihn wissen zu lassen, in welcher Not wir stecken. Wenn er dann nicht hier ist wie der Wind, müsste ich mich sehr an dem jungen Mann getäuscht haben. Lucy lächelte unter Tränen. Wenn er kommt, wird er uns zu raten und zu helfen wissen, sagte sie zuversichtlich. Aber ich ängstige mich deinetwegen, Väterchen. Man hört so schreckliche Dinge erzählen, wie es denen ergeht, die sich dem Willen des Propheten widersetzt haben. Aber wir haben doch noch gar nichts getan, entgegnete der Alte, und brauchen uns vorläufig nicht zu fürchten. Noch haben wir einen ganzen Monat vor uns und ehe der zu Ende geht, werden wir gut tun, Judah den Rücken zu kehren. Was wird denn aber aus deinem Besitz tun? Wir machen zu Geld, was wir können, und lassen das Übrige zurück. Ich will dir nur offen gestehen, Lucy, dass ich schon längst mit diesem Gedanken umgehe. Ich mag von keinem Menschen zu Kreuze kriechen, wie die Leute hier vor ihrem verwünschten Propheten. Als freier Mann bin ich geboren und kann mich in dieser Art nicht mehr finden. Ich bin wohl zu alt dazu. Er soll sich hüten, mir noch einmal ins Gehege zu kommen, sonst hat er eine Ladung Schrot im Leib, ehe er sich versieht. Sie werden uns aber nicht fortlassen wollen, warf Lucy ängstlich ein. Dafür lass mich nur sorgen, wenn Jefferson kommt. Beruhige dich jetzt, mein Herzchen, und weine dir nicht die Augen rot, sonst macht er mir Vorwürfe, wenn er dich sieht. Uns droht keinerlei Gefahr, und du brauchst nichts zu fürchten. John Ferrier sprach diese tröstlichen Worte mit großer Zuversicht, doch konnte Lucy nachdem er zuvor die alte rostige Jagdflinte, welche für gewöhnlich an der Wand seines Schlafzimmers hing, aufs sorgfältigste gereinigt und geladen hatte. Viertes Kapitel Eine Flucht auf Leben und Tod Am Morgen nach seiner Unterredung mit dem Propheten begab sich John Ferrier nach der Salzehstadt, suchte dort seinen Bekannten auf, welcher im Begriff stand, im Gebirge von Nevada zu reisen und vertraute ihm die Botschaft für Jefferson Hope an. Er hatte dem jungen Mann geschrieben, von welcher furchtbaren Gefahr sie bedroht seien und ihn aufgefordert, unverzüglich zurückzukehren. Nachdem dies geschehen war, ging er erleichterten Herzens heim. Als er sich seinem Haus nährte, sah er mit Verwunderung, dass an jedem der Türpfosten ein Pferd angebunden stand. Im Wohnzimmer aber traf er zwei junge Männer, die sich höchst behaglich zu fühlen schienen. Der eine mit hageren blassen Zügen lag im Armstuhl ausgestreckt, die Füße auf dem niedrigen Ofen. Der andere, ein Mensch mit aufgedunsenem gemeinem Gesicht und mit Stirnnacken stand, die Hände in den Taschen, am Fenster und pfiff eine Melodie. Beide nickten Ferrier vertraulich zu und der junge Mensch im Armstuhl begann des ältesten Drebber und ich bin Joseph Stangerson, der mit im Zug war, als der Herr der Wüste seine Hand ausstreckte, um sie mit der Herr der Gläubigen zu vereinen. Wie er alle Völker versammeln wird zu seiner Zeit, fiel der andere mit schnarrender Stimme ein. Seine Mühlen mahlen langsam, aber sicher. John Ferrier verbeugte sich kühl, er hatte sich schon denken können, wer die Besucher waren. Wir kommen auf den Rat unserer Väter, fuhr Stangerson fort, und werben um die Hand ihrer Tochter für denjenigen von uns beiden, welcher ihnen und ihr am meisten zusagt. Da ich nur vier Frauen habe und Bruder Drebber hier, deren sieben besitzt, so scheint mir, dass ich den nächsten Anspruch habe. Bewahre, Bruder Stangerson, rief der Vater hat mir jetzt die Fabriken übergeben und ich bin reicher als du. Aber ich habe bessere Aussichten, erwiderte jener eifrig. Wenn der Herr meinen Vater zu sich nimmt, bekomme ich die Lohgerberei und die Lederfabrik. Auch bin ich älter als du und mein Ansehen in der Kirche ist größer. Das Mädchen soll zwischen uns entscheiden, entgegnete der junge Drebber, sich wohlgefällig im Spiegel betrachtend. Wir wollen es ihr ganz überlassen. Während dieses Zwiegesprächs stand John Ferrier schäumend vor Wut an der Tür. Es zuckte ihm in allen Fingern, seine Reitpeitsche auf den Rücken der beiden Bewerber niederhausen zu lassen. Hört einmal, sagte er endlich auf sie zuschreitend. Wenn meine Tochter euch rufen lässt, mögt ihr kommen. Bis dahin Die jungen Mormonen starrten ihn in maßlosem Erstaunen an. In ihren Augen war dieser Wettbewerb um die Hand des Mädchens die höchste Ehre, welche sie Vater und Tochter erweisen konnten. Es gibt zwei verschiedene Ausgänge aus diesem Zimmer, fuhr Ferrier zürnglühend fort. Einen durch die Tür, den anderen durch das Fenster. Ihr habt die Wahl. Seine Mine war so drohend und seine hageren Hände schienen so riesen stark, dass die beiden unwillkommenen Besucher eilig aufsprangen und den Rückzug antraten. Der alte Mann folgte ihnen bis zur Tür. Sobald ihr untereinander ausgemacht habt, wer es sein soll, lasst mich's wissen, rief er ihnen höhnisch nach. Dafür sollt ihr büßen, schrie Stengersen bleich vor Erregung. Ihr habt den Propheten getrotzt und dem hohen Rat der vier das sollt ihr bereuen bis an euer Lebens Ende. Die Hand des Herrn werdet ihr fühlen, stimmte der junge Drebber ein. Er wird wieder euch aufstehen und euch schlagen. Mit dem Schlagen kann es gleich seinen Anfang nehmen, rief Farrier zornbebend. Er wollte die Flinte von der Wand reißen, aber Lucie war herzugeeilt und fiel ihm in den Arm. Bevor er sich noch von ihr losmachen konnte, tönte schallender Hufsschlag und die Flüchtlinge waren außer seinem Bereich. Die jungen heuchlerischen Schorken murmelte er voller Ingrimm. Weit lieber möchte ich dich im Grab sehen, mein Herzenskind, als dass dich einer von ihnen als sein Weib heim führte. Ja, Vater, lieber sterben, erwiderte sie entschlossen. Doch bald wird Jefferson hier sein. Freilich, und je früher er kommt, desto besser ist es. Wer kann wissen, was jene gegen uns im Schilde führen? Es war in der Tat hohe Zeit, dass ein kluger Ratgeber und Helfer dem wackeren alten Farrier und seiner Tochter in ihrer Not beistand. Seit der Gründung der Niederlassung war ein solches Beispiel von Ungehorsam und Widersetzlichkeit gegen die Befehle der Ältesten noch niemals vorgekommen. Wenn schon kleine Vergehen mit unnachsichtiger Strenge bestraft wurden, welches Schicksal erwartete dann diesen Erzrebellen? Farrier wusste, dass weder sein Reichtum noch seine Stellung ihn schützen würde. Leute, die über ebenso große Mittel verfügten und in nicht geringerem Ansehen standen wie er, waren schon spurlos verschwunden und ihre Güter der Kirche anheim gefallen. Der tapfere Mann hätte sich jeder offenen Gefahr kühn entgegengestellt, aber das düstere, unheimliche Verhängnis, das über ihm schwebte, erschütterte seine starke Seele und flößte ihm Grauen ein. Zwar verbarg er seine Furcht vor der Tochter und tat, als lege er der ganzen Sache nicht viel Wert bei, allein mit dem scharfen Auge der Liebe erkannte Lucy nur zu deutlich die Unruhe in seinem Gemüt. Nachdem was vorgefallen war, musste er sich darauf gefasst machen, von Yang wegen seines Benehmens eine Rüge oder Warnung zu erhalten. Die Botschaft traf auch wirklich ein, aber sie kam auf eine ihm völlig unerwartete Weise. Als er am nächsten Morgen erwachte, fand er auf der Bettdecke gerade über seiner Brust einen kleinen viereckigen Zettel angesteckt, auf welchem mit großen deutlichen Buchstaben die Worte standen 29 Tage sind dir zur Sünde gewährt und dann jede Drohung wäre weniger furchtbar gewesen als der beängstigende Gedankenstrich. John Ferrier zerbrach sich vergebens den Kopf, wie der Zettel in sein Zimmer gekommen sein könne, denn das Gesinde schlief in seinem Nebenbau und er hatte mit eigener Hand alle Fenster und Türen wohl verwahrt und verschlossen. Er vernichtete das Papier und sagte seiner Tochter nichts von dem Vorfall, aber ihn schauderte doch, wenn er daran dachte. Die 29 Tage waren offenbar der Rat des Monats, den Brickham Young ihm zugesagt hatte. Was vermochten aller Mut und alle Kraft gegen einen Feind auszurichten, der so geheimnisvolle Hilfsmittel besaß? Die Hand, welche jenen Zettel befestigte, hätte ihn ebenso gut ins Herz treffen können und kein Mensch würde jemals erfahren haben, wer ihn erschlagen. Am folgenden Morgen wurde er noch heftiger erschüttert. Sie saßen zusammen beim Frühstück, als Lucy plötzlich einen Schrei der Überraschung ausstieß und nach oben blickte. Mitten auf der Zimmerdecke stand in schwarzer Schrift die Zahl 28. Seine Tochter wusste nicht, was das zu bedeuten habe, aber erklärte sie nicht auf. Die folgende Nacht hindurch saß Farrier mit der gelahnen Flinte da und hielt Wache. Alles blieb still. Er vernahm keinen Laut, aber am nächsten Morgen fand er die Zahl 27 auf seiner Haustür angeschrieben. So verging ein Tag nach dem anderen und jeder neue Morgen brachte ihm Kunde, dass seine unsichtbaren Feinde ihre Rechnung weiter führten. An irgendeiner Stelle, die ihm ins Auge fallen musste, hatten sie die Anzahl der Tage verzeichnet, die ihm noch von der Gnadenfrist übrig blieb. Bald tauchten die verhängnisvollen Nummern an den Wänden auf, bald auf dem Fußboden, manchmal standen sie auf kleinen Anschlagzetteln, die an dem Gartentor oder den Gittersteben befestigt waren. Trotz aller Wachsamkeit konnte Farrier nicht entdecken, woher diese täglichen Mahnzeichen kamen, und er empfand ein fast abergläubisches Grauen, so oft er eine neue Zahl gewahrte. Er kam sich vor wie ein gehetztes Wild, eine verzehrende Unruhe ergriff ihn, und wer in seinem Auge zu lesen verstand, konnte sehen, welche Qualen er litt. Nur der Gedanke, dass der junge Jäger jetzt bald aus Nevada eintreffen müsse, hielt ihn noch aufrecht. Aus zwanzig war fünfzehn, aus fünfzehn war zehn geworden, aber noch traf keine Nachricht von dem fernen Freund ein. Immer kleiner wurde die Zahl der noch übrigen Tage, und Jefferson ließ sich nicht blicken. Vernahm man einen Hufschlag oder kam ein Fuhrmann des Weges gefahren, so eilte der alte Farmer an das Tor, weil er glaubte, dass die ersehnte Hilfe da sei. Erst als auf die Fünf die Vier folgte und aus dieser eine Drei wurde, sank ihm der Mut und er gab jede Hoffnung verloren. Wenig vertraut mit Weg und Steg in den Gebirgen, welche die Ansiedlung umgaben, konnte er, auf sich allein angewiesen, die Rettung nicht ins Werk setzen. Alle bekannten Pfade wurden aufs strengste bewacht und jeder Wanderer, der sich darauf betreten ließ, musste einen Passierschein des Hohen Rats vorweisen können. Wohin sich also Ferrier wenden mochte, nirgends bot sich ihm die Möglichkeit, dem Verhängnis zu entfliehen, das ihn bedrohte. Dennoch schwankte der alte Mann keinen Augenblick in seinem Entschluss, lieber das Leben zu verlieren, als seine Tochter jener Verbindung preiszugeben. Er war in schweren Sorgen abends allein aufgeblieben und sann vergebens nach, ob denn kein Entrinnen mehr möglich sei. Am Morgen war die Zeit zwei auf der Hauswand erschienen und mit dem nächsten Tag ging die festgesetzte Frist zu Ende. Was würde dann geschehen? Seine Einbildungskraft war geschäftig, sich alle erdenklichen Schrecken auszumalen. Und was sollte aus seiner Tochter werden, wenn er ihr nicht mehr zur Seite stand? Er sah sich rings von einem unsichtbaren Netz umgeben, das sich immer dichter zusammenzog. Von dem Gefühl seiner Ohnmacht überwältigt brach er in schmerzliches Schluchzen aus und das Haupt sank ihm auf die Brust. Aber was war das? Durch die Stille der Nacht kam plötzlich ein leiser schnorrender Ton deutlich zu ihm herüber. Er schien von der Haustüre zu kommen. Ferrier schlich geräuschlos durch den Gang und horchte scharf hinaus. Einige Augenblicke vergingen, dann ließ sich der seltsame Schwache laut wieder vernehmen. Es klopfte jemand mit großer Behutsamkeit an der Tür. War es ein nächtlicher Abgesandter des heimlichen Gerichts, der gekommen war, um dessen Mordbefehl auszuführen? Oder sollte ihm noch besonders angekündigt werden, dass der letzte Tag herannahal? Die furchtbare Ungewissheit schüttelte ihn wie im Fieber und nahm ihm jede Widerstandskraft. Länger vermochte er die Qual nicht mehr zu ertragen, mit der verglichen der Tod eine Erlösung schien. Rasch entschlossen zog er den Riegel zurück und öffnete die Tür. Draußen war es still. Die Sterne flimmerten am klaren Nachthimmel und weder in dem kleinen Vorgotten, den der Zaun Schloss, noch auf der Straße jenseits des Gittertors war ein menschliches Wesen zu erblicken. Feria sah nach rechts und nach links und atmete erleichtert auf. Als er aber zufällig gerade vor sich auf den Boden schaute, sah er mit Entsetzen zu seinen Füßen einen Mann platt auf der Erde liegen, Arme und Beine weit von sich gestreckt. Der Anblick erschütterte ihn so sehr, dass er gegen die Wand taumelte und Mühe hatte, den wilden Schrei zu ersticken, der sich ihm auf die Lippen drängte. Sein erster Gedanke war, dass es ein Verwunderter oder Sterbender sein müsse. Allein plötzlich kam Leben in die Gestalt. Sie wandte sich wie eine Schlange behende und geräuschlos am Boden entlang und erreichte die Hausflur. Sobald der Mann über die Schwelle gekommen Normine Großer Gott, du bist es, keuchte John Ferrier. Weshalb kommst du so geschlichen? Du hast mich furchtbar erschreckt. Gib mir zu essen, rief jener mit heiserer Stimme. Seit 48 Stunden habe ich weder Trank noch Speise zu mir genommen. Er griff gierig nach Brot und Fleisch, das noch von Ferriers Abendmahlzeit auf dem Tisch stand. Hält sich Lucy tapfer, war seine erste Heißhunger gestillt hatte. Ja, doch kennt sie die Größe der Gefahr nicht. Das ist gut, das Haus wird von allen Seiten bewacht. Ich konnte mich nur kriechend nähern, um nicht bemerkt zu werden. Sie passen scharf auf, doch sind sie nicht schlau genug, um einen Washoe-Jäger zu fangen. John Ferrier war wie umgewandelt, nun er auf den Beistand eines getreuen Verbündeten zählen durfte. Du bist ein Mann unter Tausenden, rief er, Jeffersons Hand herzlich schüttelnd. Nicht jeder wäre gekommen, um Gefahr und Not mit uns zu teilen. Wärst du allein in der Bedrängnis, Vater, wahrlich, ich hätte es mir wohl zweimal überlegt, bevor ich mich in dieses Wespen Nest wagte, erwiderte der junge Hope freimütig. Um Lucys Willen bin nicht hier und ehe ich zugebe, dass ihr ein Leid geschieht, müssen sie mir das Leben nehmen. Was soll denn aber nun werden? Lass uns rasch handeln! Morgens sei letzter Tag. Wenn wir nicht diese Nacht entfliehen, seid ihr verloren. In der Adlerschlucht stehen zwei Pferde und ein Maultier bereit. Wie viel Geld hast du? 2000 Dollar in Gold und 5000 in Banknoten? Das genügt. Ich kann etwa die gleiche Summe hinzulegen. Wir müssen übers Gebirge nach Carsnell City. Lucy soll sich so gleich fertig machen. Gut, dass die Dienstboten nicht im Haus schlafen. Während Farrier ging, seine Tochter zu wecken, trat Jefferson Hope die nötigen Vorkehrungen zur Flucht. Was sich von Esswaren vorfand, packte er in ein kleines Bündel und füllte einen Steinkrug mit Wasser, da er wusste, dass sie in den Bergen nur auf wenige Quellen stoßen würden. Jetzt kehrte auch Farrier mit Lucy zurück. Beide waren zum Aufbruch bereit. Die Liebenden begrüßten einander mit wenigen herzlichen Worten. Jeder Augenblick war kostbar und es gab noch viel zu überlegen. Wir müssen auf der Stelle fort, sagte Jefferson mit leiser, aber fester Stimme. Es gilt der Gefahr mutig zu trotzen. Beide Eingänge der vordere sowohl als der hintere werden bewacht, aber bei gehöriger Vorsicht könnten wir durch das Seitenfenster entfliehen, das auf die Felder geht. Haben wir erst die Straße erreicht, so sind wir nur eine kurze halbe Stunde von der Schlucht entfernt, wo die Pferde warten. Bei Tagesanbruch müssen wir schon tief im Gebirge sein. Aber wenn wir angehalten werden, fragte Ferrier. Hope deutete auf die Mündung des Revolvers, den er in seinem Wams trug. Wenn ihrer zu viele sind, müssen zwei oder drei ins Gras beißen, sagte er mit grimmigem Lächeln. Alles Licht im Haus war ausgelöscht und Ferrier warf durch das dunkle Fenster noch einen Blick auf seine Wiesen und Felder hinaus, welche Glück und Ehre verscheuchte allen Kummer über den Verlust seines Eigentums. Die Gegend lag so still und friedlich da, die Bäume rauschten und das Korn wogte im Wind. Es war schwer zu glauben, dass da draußen allerwärts der Mord auf sie lauerte. Die bleiche entschlossene Miene des jungen Jägers verriet aber nur allzu deutlich, dass er auf dem Weg nach dem Haus genug die Vorräte an Esswaren und den Wasserkrog. Lucy hatte ihre liebsten Besitztümer in ein Bündel geschnürt. Langsam und vorsichtig öffneten sie das Fenster und warteten, bis eine dunkle Wolke, die herangezogen kam, die Gegend in Finsternis hüllte. Dann kletterten sie geräuschlos in den Vorgarten hinab. Mit verhaltenem Atem, halb schleichend, halb kriechend, erreichten sie glücklich den Heckenzaun, in dessen Schutz sie vorwärts eilten, bis sie an eine Lücke kamen, durch welche man in die Felder hinaus gelangte. Sie befanden sich gerade an dieser Stelle, als Jefferson sich plötzlich zu Boden warf und Vater und Tochter mit sich zog. Das geübte Ohr des Steppenjägers hatte ein Geräusch vernommen. Kaum kauerten sie in ihrem Versteck, als wenige Schritte von ihnen der trübselige Ruf einer Bergeule ertönte, dem ein anderer Eulenruf aus einiger Entfernung antwortete. Gleich darauf sahen sie den Schatten eines Mannes an der Zaunlücke vorbeigleiten und eine zweite Gestalt tauchte aus dem Dunkel auf. Morgen um Mitternacht, wenn das Kreuzchen dreimal ruft, sagte der Erste im Ton des Befehls. Wohl, versetzte der Zweite, soll ich Bruder Drabber benachrichtigen? Sage ihm die Weisung, er solle sie weitergeben. Neun und sieben. Sieben und fünf, entgegnete der andere und die beiden entfernten sich nach verschiedenen Richtungen. Ihre letzten Worte sollten offenbar eine Art Losung sein. Kaum waren die dritte verheilt, als Jefferson aufsprang und mit seinen Gefährten so rasch sie ihre Füße trugen keuchte er von Zeit zu Zeit wir sind schon an den Wachposten vorbei nur die größte Eile kann uns retten. Wenn Lucys Kräfte zu versagen drohten half er ihr und stützte sie mit starkem Arm. Auf der Landstraße angelangt kamen sie rasch weiter und kurz vor der Stadt bog ihr Führer in einen schmalen steilen Pfad ab der zu den Bergen aufstieg Zwei dunkle zerklüftete Feldspitzen ragten vor ihnen empor in der Finsternis zwischen diesen öffnete sich die Adlerschlucht wo die Pferde warteten Von sicherem Instinkt geleitet fand Jefferson den Weg zwischen Felsblöcken und in dem trockenen Bett eines Waldbachs bis sie den versteckten Schlupfwinkel erreichten wo er die treuen Tiere festgebunden hatte Das Mädchen bestieg das Maultier und Ferrier mit dem Geldsack eines der Pferde während Jefferson Hope das andere auf dem gefährlichen Pfad am Zügel führte Rechterhand ragte eine wohl tausend Fuß hohe Felswand und zur linken lagen Steinblöcke und Trümmer wild durcheinander geworfen Der Fußsteg der in regelmäßigen Zickzack mitten durch diese Wildnis führt war an manchen Stellen so schmal dass sie ihn hintereinander einzeln verfolgen mussten und so rau dass nur die geübtesten Reiter ihn ohne Unfall passieren konnten trotz aller mühsal und beschwerde war den Flüchtlingen dennoch fröhlich zum Mut weil jeder Schritt den sie vorwärts taten sie weiter aus dem Bereich des Tyrannen brachte dem sie entrinnen wollten bald jedoch erhielten sie den Beweis dass sie noch immer nicht dem Bann der Heiligen entflohen waren sie hatten eben die ödeste und wildeste Stelle des Gebirgspasses erreicht als Lucy mit einem Ausruf des Schreckens nach oben deutete auf einem Fels Vorsprung der den Pfad beherrschte und sich klar gegen den Himmel abhob stand ein einsamer Wachposten er hatte die Reiter gleichfalls bemerkt und seine Frage wer geht da klang herausfordernd durch die stille Nacht reisende aus Nevada rief Jefferson Hope schallte es von oben hinunter der heiligen vier gab Jefferson zur antwort er wusste von seinem Aufenthalt bei den Mormonen dass dies die höchste Obergewalt sei neun und sieben rief die Schildwache sieben und fünf entgegnete Jefferson rasch sich der Losung erinnert die er im Garten gehört hatte passiert der Herr sei mit euch ertönte es von der Feld spitze bald darauf war der Weg breiter und die Pferde konnten sich in Trab setzen noch einmal sahen sie zurück nach dem einsamen Wächter der seinen Gewärmarm an dem Felsen lehnte sie wussten dass sie den letzten Posten der Mormonen hinter sich hatten und die Freiheit vor ihnen lag fünftes Kapitel die Wirkengel die ganze Nacht hindurch wanderten die Flüchtlinge über felsiges Gestein und durch die verschlungensten Pfade kamen sie auch öfters vom Weg ab so wusste sich doch Jefferson bei seiner genauen Kenntnis des Gebirges immer wieder zurück zu finden beim Morgengrauen enthüllte sich ihnen ein Schauspiel von wilder aber wunderbarer Schönheit in der weiten Runde sahen sie sich ringsum von hohen schneebedeckten Berggipfeln eingeschlossen die bis zu unabsehbaren fernen neben und übereinander emporragten droben im Gestein wurzelten Lärchen und Fichtenbäume die der nächste Windstoß von den steilen Felswänden auf ihre Häupter herabschleudern konnte es lagen Steintrümmer und Baumstämme genug unten im Tal verstreut zum Zeichen dass ein solcher Absturz wohl zu fürchten sei eben jetzt löste sich wieder ein großes Feldstück und fiel donnernd in die Tiefe erschreckt fuhren die müden Pferde auf und setzten sich in schärferen Trab nun stieg die Sonne über den östlichen Horizont und entzündete die Berggipfel wie Lampen bei einem Fest einen nach dem anderen bis sie alle glühten und leuchteten es war ein Anblick von solcher Erhabenheit wie ihn die Flüchtlinge noch nie geschaut er erfreute ihre Herzen und stärkte sie mit neuer Kraft und Zuversicht am Ufer eines Waldbaches der aus der Schlucht hervor brauste machten sie bald darauf Halt tränkten ihre Pferde und nahmen ein hastiges Mahl ein Lucy und ihr Vater hätten gern eine Weile gerastet aber Jefferson gab das nicht zu sie sind uns jetzt gewiss auf der Spur sagte er Eile tut vor allem Not erst wenn wir sicher in Carson angelangt sind dürfen wir daran denken der Ruhe zu pflegen den ganzen tag lang ging es weiter durch hohlwege und schluchten am abend mussten sie nach ihrer berechnung weit mehr als 30 meilen zurück gelegt haben erschöpft suchten sie nun unter einer vorspringenden klippe schutz vor dem kühlen nacht wind schmiegten sich fest aneinander um sich zu erwärmen und gönnten sich einige stunden schlaf bis jetzt hatten sie nicht das geringste anzeichen einer verfolgung entdeckt und jefferson hope glaubte schon dem grimmigen feind glücklich entronnen zu sein ach er ahnte nicht wie weit dessen gefürchteter arm reichte und wie bald er sich ausstrecken würde um sie erbarmungslos zu zerschmettern um die mittagszeit des zweiten tages ihrer flucht begann ihr geringer vorrat von lebensmitteln auf die neige zu gehen dem jäger machte das wenig sorge es mangelte nicht an wild bret im gebirge und seine flinte hatte schon öfters die nötige nahrung verschafft an einer geschützten stelle häufte er trockene zweige auf und zündete ein mächtiges feuer an damit sich vater und tochter wärmen könnten denn sie befanden sich jetzt in einer höhe von 5000 fuß über dem meeresspiegel und die luft wehte scharf und kalt jefferson band die pferde fest nahm abschied von lucy warf die flinte über die schulter und zog aus um sein waldmanns glück zu versuchen als er sich noch einmal umwandte sah er den alten neben dem jungen mädchen am feuer sitzen und im Hintergrund ohne auf eine beute zu stoßen wiewohl er aus mancherlei anzeichen erkannte dass bären in der nähe sein mussten schon wollte er nach mehrstündigem fruchtlosen suchen unverrichteter sache zurückkehren als er zu seiner freude auf einem fels vorsprung um einige hundert fuß über der stelle an der er stand den gewaltigen kopf eines dick horns gewahrte jenes wilden bergschafes das sich herdenweise in diesen höhen findet rasch warf sich jefferson zu boden stützte sein schießgewehr auf einen steinblock zielte lange und gab feuer das tier tat einen sprung in die luft schwankte einen augenblick am rand des abgrunds und stürzte dann jäh ins tal hinab wohin jefferson eilig nachkletterte die ganze beute fortzuschaffen war unmöglich der jäger musste sich begnügen mit seinem jagdmesser einen schenkel des tieres abzuschneiden und auf seine schulter zu laden nachdem dies geschehen machte er sich ohne zaudern auf den rückweg aber das war kein leichtes beginnen der arm brach schon herein und in dem ungewissen dämmerlicht war es schwer sich zurecht zu finden denn das tal verzweigte sich in viele schluchten die alle einander zum verwechseln ähnlich sahen mühsam war jefferson in der einen schlucht empor geklommen als ihm ein bergstrom entgegenschoss und seinen weg hemmte nun ging er zurück und wählte einen anderen aufstieg aber ohne besseren erfolg es war bereits nacht geworden als er endlich an einen hohlweg gelangte der ihm bekannt vorkam abermals kletterte er zwischen den steilen felswänden aufwärts mit seiner last der pfad lag im tiefsten dunkel denn der mond war noch nicht aufgegangen und jefferson strauchelte oft auf dem rauen weg doch der gedanke dass er mit jedem schritt seiner geliebten lucy näher kam trieb ihn rastlos weiter auch brachte er ja genug vorrat mit um sie während der ganzen dauer der flucht vor mängel zu schützen auf der höhe angekommen wurde er zu seiner freude gewahr dass er von der stelle wo er seine schutzbefohlenen verlassen hatte nicht mehr allzu fern sei schon erkannte er trotz der finsternis die schwachen umrisse der felsspitzen am eingang der schlucht fast fünf stunden war er fort geblieben mit wie banger sehnsucht mochten sie ihn erwarten um seine glückliche rückkehr zu verkünden rief er ein lautes hallo in die berge hinein dann stand er lauschend da ob keine antwort käme aber nur der ton seiner eigenen stimme schallte in vielfachem widerhall von den bergen sonst blieb alles still noch stärker und dringender ertönte jetzt sein ruf aber kein laut aus geliebtem mund hieß ihn willkommen von unbestimmter angst ergriffen ließ er die schwer errungene beute zu boden fallen und stürmte wie rasend vorwärts jetzt bog er um die ecke und vor ihm lag der platz wo er das feuer angezündet hatte noch glühte der aschenhaufen aber man hatte kein holz zugelegt und die flamme war erloschen rings umher herrschte todesschweigen seine furcht wurde zur gewissheit nirgends ließ sich ein lebendes wesen erblicken die pferde abwesenheit ohr plötzlich hereingebrochen sein zu ihrer aller verderben verwirrt und betäubt von dem schweren schicksalsschlag der ihn so unvermutet traf stützte sich jefferson auf sein gewehr sonst wäre er umgesunken doch rasch überwand er diesen anfall von schwäche denn er war seiner ganzen natur nach ein mann der tat mit bebender hand zog er ein erst halbverkohltes holzstück aus der der boden war nach allen seiten hin von pferdehufen zerstampft ein beweis dass die flüchtlinge durch eine große schar berittener eingeholt wurden welche dann wie die vorhandenen spuren vermuten ließen die richtung nach der salzestadt eingeschlagen hatten waren vater und tochter in ihre hände gefallen und beide von ihnen mit fort geschleppt wurden jefferson hope mochte dies zuerst geglaubt haben allein dem lagerplatz sah er einen frisch aufgeworfenen haufen rötlicher erde der vorher sicherlich nicht da gewesen war hatte man dort ein grab gegraben der junge jäger trat näher hinzu im boden steckte ein stab an dem ein blatt papier befestigt war es trug eine kurze aber bedeutsame inschrift john ferrier aus der salzestadt gestorben den 4. august 1860 der wackere alte mann den er vor wenigen stunden erst in der fülle der kraft verlassen war also tot und dies seine ganze grabschrift jefferson sah sich mit wilden blicken nach einem zweiten hügel um aber ein solcher war nicht zu entdecken die unmenschen mussten lucy mit sich geführt haben um sie dem sohn des ältesten zu übergeben damit sie das ihr bestimmte geschick erfülle und ihm als frau in seinem harem folge als jefferson erkannte wie machtlos er sei dies schicksal von ihr abzuwenden da schien ihm im ersten augenblick der alte ferrier beneidenswert der da unten den stillen schlaf des todes schlief doch nicht lange überließ er sich seiner dumpfen verzweiflung war ihm nichts anderes geblieben so konnte er wenigstens sein leben der rache weihen während er keine linderung gab bevor er nicht mit eigener hand blutige wiedervergeltung an seinen feinden geübt hatte neben unermüdlicher geduld und ausdauer lag in jeffersons charakter eine nicht zu bezähmende rachsucht die er vielleicht von den indianern gelernt hatte unter denen er so lange gelebt sein starker wille seine rastlose tatkraft sollten jetzt nur noch das eine ziel verfolgen das war sein fester entschluss mit bleicher ingrämiger miene kehrte er nach der stelle zurück wo seine jagdbeute noch am boden lag darauf blies er das feuer an und bereitete sich speise für die nächsten tage dann brach er auf ohne seiner ermüdung zu achten um der spur der wirkengel durch das gebirge zu folgen fünf tage lang pilgerte er mit wunden füßen durch die schluchten und hohlwege zurück welche er vor kurzem hinaufgeritten war bei einbruch der nacht warf er sich unter einem felsvorsprung nieder um ein paar stunden zu ruhen und sobald der morgen graute begann er seine wanderung von neuem als er am sechsten tag erschöpft und abgemattet die adlerschlucht erreichte von wo aus ihre unheilvolle flucht den anfang genommen sah er die stadt der heiligen weit ausgebreitet zu seinen füßen liegen in ohnmächtigem zorn schüttelte er drohend die geballte faust gegen den wohnplatz der übeltäter aber halt was hatte das zu bedeuten in den hauptstraßen sah er fahnen von den dächern wehen und festlichen schmuck an den häusern während er noch darüber nach sah schallte der hufschlag eines pferdes und ein reiter kam den er früher manchen dienst erwiesen hatte von ihm durfte er hoffen nachricht über lucys schicksal zu erhalten der mormone sah jefferson zuerst mit ungläubigen blicken an als ihm dieser in den weg trat und seinen namen nannte wer hätte auch in dem verwilderten und zerzausten wanderer mit den unheimlich rollenden augen und der bleichen mine den früher so schmucken jungen jäger erkennen sollen sobald koper jedoch wusste wen er vor sich hatte erschrak er heftig seid ihr rasend dass ihr euch hierher wagt rief er wenn man mich hier im gespräch mit euch sieht ist mein eigenes leben verwirkt wisst ihr nicht dass die heiligen vier einen haftbefehl gegen euch erlassen haben weil ihr den farriers zur flucht behilflich gewesen seid ich fürchte weder die schurken noch ihren haftbefehl rief jefferson entrüstet koper fuhr er dann seine erregung bezwingend fort wir sind immer freunde gewesen bei allem was euch teuer ist beschwöre ich euch mir eine frage zu beantworten um gottes willen verweigert mir die antwort nicht was wünscht ihr zu wissen fragte der mormone sich ängstlich umblickend redet schnell hier hat alles augen und ohren auch die felsen und bäume was ist aus luciferia geworden man hat sie gestern dem jungen drabber zur frau gegeben fasst euch man fasst euch ihr werdet ja gleich wieder tot jefferson war auf den nächsten felsblock niedergesunken seine lippen bebten drabbers frau sagt ihr stammelte er mit brechender stimme ja seit gestern deshalb seht ihr auch die stadt noch im fahnenschmuck drabber und stangerson die jüngeren stritten sich um ihren besitz bei der verfolgung an der sich beide beteiligt hatten war ihr vater von stangerson hand gefallen was diesem ein größeres vorrecht zu geben schien als jedoch die frage vor die rats versammlung gebracht wurde war drabbers anhang stärker und der prophet entschied zu seinen gunsten es wird sie aber keiner ja ich gehe sagte jefferson sich mühsam erhebend sein antlitz war bleich und starr wie aus marmor gemeißelt nur in seinen augen glühte ein wildes feuer wo wollt ihr hin fragt mich nicht erwiderte er und hing sich die flinte über die schulter dann schritt er die schlucht hinab und vergrub sich tief in den bergen wo nur bären und wölfe hausten aber keines der reißenden tiere war grimmiger und blutdurstiger als er was der mormone vorausgesagt hatte ging nur allzu bald in erfüllung war es der schmerz über den plötzlichen tod ihres vaters was der armen lucy am lebensmarkt zerrte oder der abscheu vor der verhassten ehe zu der man sie gezwungen sie 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 von tag zu tag dahin und starb noch ehe ein monat um war der rohe mensch welcher sie nur geheiratet hatte um farriers reichen besitz in die hände zu bekommen trug wenig kummer zur schau über seinen verlust aber seine anderen frauen trauten um die tote und hielten in der nacht vor dem begräbnis bei ihr die leichen wache nach sitte der mormonen sie saßen noch um die bahre wettergebräunten mann in zerfetzter kleidung eintraten sahen ohne auch nur einen blick auf die geängstigten frauen zu werfen schritt er nach dem toten schreien in dem lucys entseelte hülle ruhte er beugte sich über sie und berührte ihre kalte stirn ehrfurchtsvoll mit den lippen dann ergriff er sie bei der hand und zog ihr den trauring vom finger schwand sie wieder wie sie gekommen war das alles geschah so rasch und der vorgang schien so seltsam dass man dem bericht der wächterinnen schwerlich glauben geschenkt hätte ohne die tatsache dass der goldene reif wirklich vom finger der toten verschwunden war monatelang hauste jefferson hob noch in den bergen wo er ein unstetes jägerleben führte und für seinen rachedurst täglich neue nahrung da in der umgegend der stadt oder in den rauen berg schluchten seinen wesen trieb einmal kam eine kugel durch stangersons fenster geflogen und pfiff dicht an seinem kopf vorbei ein andern mal als drabers weg ihn am berg abhangen hin führte wurde aus der höhe ein felsstück auf ihn herab geschleudert er konnte nur dadurch einem grässlichen tot entgegen dass er sich platt zu boden warf die beiden jungen mormonen errieten bald wer ihnen nach dem leben trachtete und unternahmen mehrere bewaffnete streifzüge ins gebirge in der hoffnung ihren todfeind zu fangen oder zu erlegen aber immer vergebens sie gingen nun aus vorsicht niemals allein oder nach dunkel werden ins freie und stellten wachen um ihre häuser her nun verstrich jedoch sie hofften sein heißes blut habe sich abgekühlt und er werde das tollkühne vorhaben aufgeben daran dachte jedoch jeffersons seele nicht rache zu nehmen war und blieb sein einziger zweck und gedanke bei seiner durchaus praktischen natur hatte er jedoch richtig erkannt dass selbst die eisernste gesundheit ein leben wie er es führte auf die dauer nicht ertragen könne mangel an gesunder nahrung und beschwerden aller art mussten bald seine kräfte verzehren was aber sollte aus seiner rache werden wenn er in den bergen eines elenden todes starb nein seine feinde durften nicht triumphieren so war er denn nach dem bergwerk in nevada zurückgekehrt mit der absicht sich von den entbehrungen der letzten zeit zu erholen und geld genug zu erwerben um seinen lebenszweck weiter verfolgen zu können ursprünglich gedachte er höchstens ein jahr lang dort zu bleiben allein die umstände fügten es so dass fünf jahre vergingen bevor er zurückkehren konnte doch die erinnerung an das erlittene unrecht und sein verlangen nach rache war noch ebenso lebendig in ihm wie in jener entsetzlichen nacht an john ferriers grab verkleidet und unter falschem namen kam er nach der salzestadt um die gerechte sühne zu fordern sei es auch mit gefahr des eigenen lebens dort erwartete ihn jedoch eine schlimme kunde die seine pläne zu vereiteln drohte einige monate zuvor war nämlich unter dem auserwählten volk eine spaltung entstanden die missvergnügten lehnten sich gegen die obergewalt der ältesten auf viele der jüngeren gemeindeglieder verließen Utah befanden sich unter dieser zahl es ging ein gerücht dass drebber es verstanden habe den größten teil seines eigentums zu geld zu machen so dass er als reicher mann fortgezogen war während stangerson sein gefährte wenig mittel besaß wohin sie sich aber gewandt hatten darüber war kein aufschluss zu erlangen angesichts solcher schwierigkeiten hätte mancher noch rachsüchtige mensch sein vorhaben aufgegeben daran von ort zu ort durch die vereinigten staaten um seine feinde aufzusuchen das kleine kapital welches er besaß sicherte ihm zur not sein auskommen doch nahm er arbeit an wo er sie fand jahre vergingen sein schwarzes haar war grau geworden aber immer wanderte er weiter das ziel verfolgend dem er sein leben gewidmet hatte endlich wurde seine ausdauer belohnt in Cleveland im Staat Ohio war es wo er eines tages draebers verhasstes gesicht an einem fenster gewahrte so hatte er seine beute doch zuletzt noch aufgespürt rasch kehrte er in seine ärmliche wohnung zurück um einen rache plan vorzubereiten aber das unglück wollte dass auch draeber bei dem flüchtigen blick seinen tod feind erkannt hatte er war mit stangerson der bei ihm das amt eines hat welcher ihnen aus hass und eifersucht nach dem leben trachtete an jenem abend wurde jefferson hope plötzlichen haft genommen und da er außerstande war bürgerschaft zu leisten hielt man ihn mehrere wochen im gefängnis zurück sobald er wieder in freiheit war begab er sich nach draebers haus allein erfand es verlassen und erfuhr der besitzer habe mit seinem sekretär eine reise nach europa angetreten wieder war jeffersons rachewerk vereitelt und wieder trieb ihn sein grimmiger hass die verfolgung fortzusetzen zuvor musste er sich jedoch die nötigen mittel für die überfahrt erwerben als er genug zusammengespart hatte um unterwegs sein leben fristen zu können schiffte er über den ozean und folgte der spur seiner feinde von stadt zu stadt immer wieder misslang es ihm die flüchtlinge einzuholen bei seiner ankunft in petersburg waren sie eben nach paris gereist und als er ihnen dahin folgte hatten sie sich gerade nach kopenhagen eingeschifft auch dorthin kam er um einige tage zu spät da sie bereits nach london unterwegs waren in der englischen hauptstadt gelang es ihm zuletzt doch noch ihrer abhaft zu werden auf welche weise dies geschah erfahren wir am besten aus jefferson hopes eigenem bericht welchen dr watson ausführlich in seinem tagebuch niedergeschrieben hat wir kehren daher wieder zu den aufzeichnungen des jungen militärarztes zurück denen wir schon im ersten teil unserer erzählung bis zu jeffersons festnehmung gefolgt sind sechstes kapitel fortsetzung von dr watsons erinnerungen trotz des rasenden widerstands den unser gefangener geleistet hatte schien er doch nicht feindlich gegen uns gesinnt zu sein sobald ihm klar geworden war dass er bei unserer übermacht nichts auszurichten vermöge ergab er sich in sein schicksal und sprach mit verbindlichem lächeln die hoffnung aus dass keiner von uns bei dem hand gemenge zu schaden gekommen sein möchte vermutlich wollen sie mich auf sherlock holmes meine droschke steht noch unten wenn sie mir die füße losbinden kann ich selbst hinunter gehen es dürfte ihnen doch schwer fallen mich zu tragen greggson und lastrad wechselten bedeutsame blicke der vorschlag mochte ihnen wohl allzu gewagt erscheinen aber holmes nahm den gefangenen sogleich beim wort und befreite ihn von dem tuch mit welchem wir ihm die fußgelenke zusammengeschnürt hatten als er aufstand dehnte und reckte er sich wie um sich zu überzeugen dass er wirklich der wandel ledig sei selten war mir ein mann mit so gewaltigem gliederbau vorgekommen und dabei lag ein ausdruck von willensstärke und entschlossenheit in seinem sonnenverbrannten gesicht der mir noch furchtbarer erschien als seine riesige körperstärke sie sollten polizeichef werden sagte er holmes mit aufrichtiger bewunderung betrachtend die art wie sie meine spur verfolgt haben war meisterhaft mein freund lächelte sie kommen mit nicht wahr wandte er sich an die beiden polizisten ich kann sie fahren versetzte lestrade gut und greggson steigt mit ein sie auch doktor da der fall sie interessiert müssen sie ihn auch weiter verfolgen ich willigte gern ein und wir begaben uns alle zusammen hinunter der gefangene machte keine miene zu entfliehen sondern stieg ruhig in seine droschke und wir folgten ihm lestrade nahm auf dem bock platz er trieb die pferde an und bald befanden wir uns an ort und stelle man führte uns in ein kleines zimmer wo ein polizei inspektor die angaben des gefangenen nebst den namen der beiden männer aufschrieb als deren mördermann ihn anklagte der inspektor ein mann mit blassem gesicht und bewegungslosen zügen wartete mechanisch seines amtes im laufe der woche wird der angeklagte dem richter vorgeführt werden sagte er inzwischen tun sie jedenfalls am besten jefferson hope wenn sie keinerlei aussagen machen und ihre worte mit vorsicht wägen da dieselben vor gericht gegen sie zeugen könnten ich habe sehr viel zu sagen versetzte der gefangene eifrig es ist mein dringender wunsch ihnen meine herrin die ganze geschichte zu erzählen besser sie schieben es auf bis zu ihrem verhör sagte der beamte wer weiß ob es dazu überhaupt kommt entgegnete hope fürchten sie nicht ich habe keine selbstmut gedanken aber doch könnte ein hindernis eintreten nicht wahr sie sind ein doktor er sah mich mit seinen dunklen augen fragend an ich nickte bejahend dann legen sie ihre hand auf meine brust ich tat wie er sagte und erschrak als ich ein heftiges pulsieren fühlte und auffällige geräusche im innern vernahm sein brustkasten schien zu erzittern und zu erbeben wie ein schwacher bau in dem eine mächtige maschine arbeitet was ist das rief ich sie haben ja ein herzlein das bereits im gefährlichsten stadium der entwicklung ist ganz recht erwiderte er gelassen letzte woche bin ich deswegen beim arzt gewesen der mir gesagt hat es könne nur noch wenige tage dauern bis der tod eintritt ich habe mir das übel durch schlechte nahrung und entbehrungen aller art zugezogen während ich im gebirge am salzsee hauste und es hat sich seitdem von jahr zu jahr verschlimmert jetzt ist das werk meines lebens getan und mich kümmert es nicht wenn es mit mir zu ende geht doch möchte ich zuvor berichten wie sich alles zugetragen hat damit man mich nicht für einen gewöhnlichen mordgesellen hält nach einer kurzen besprechung mit den beiden polizisten ob es ratsam sei ihm den willen zu tun wandte sich der inspektor an mich glauben sie dass eine unmittelbare gefahr vorliegt doktor fragte er ohne allen zweifel erwiderte ich mit bestimmtheit in diesem fall fordert schon unsere pflicht im interesse der gerechtigkeit dass wir ein protokoll aufnehmen reden sie also Jefferson Hope wenn sie es wünschen aber vergessen sie nicht dass ihre aussagen zu ihren ungunsten gereichen könnten wenn sie nichts da wieder haben will ich mich setzen sagte der gefangene platz nehmend seit einiger zeit werde ich leicht müde mein übel bringt das mit sich auch mag der kampf den wir vor einer halben stunde durchgemacht haben mir nicht sehr zuträglich gewesen sein ich stehe am rand des grabes da pflegt man nicht zu lügen was ich sage ist die lauterste wahrheit und mir kann gleichgültig sein welchen gebrauch sie von meinen worten machen er legte sich in seinen stuhl zurück und sprach in so ruhigem bedächtigem ton als handele es sich um die alltäglichsten vorkommnisse für die genauigkeit des hier folgenden berichts kann ich mich verbürgen ich jene beiden männer so grimmig hasste begann jefferson hope seine erzählung brauche ich nicht näher zu erörtern sie hatten den tod zweier menschen eines vaters und seiner tochter auf dem gewissen und ihr eigenes leben war verwirkt doch hätte kein gerichtshof die missetäter mehr zur rechenschaft gezogen weil schon zu lange zeit verstrichen war seitdem sie das verbrechen begangen hatten ich aber wusste um ihre schuld und fühlte mich berufen zugleich ihr richter und der vollstrecker des urteils in einer person zu sein ich müsste kein herz im leibe haben hätte ich anders handeln können das mädchen von dem ich sprach sollte vor 20 jahren meine gattin werden man zwang sie jenen zu heiraten und sie starb vor gram ich zog der toten den traurigen vom finger und tat den schwor dass drebber mit seinem blut für die schanta zahlen solle noch in seiner todesstunde wollte ich die erinnerung daran in dem bösewicht wach rufen und ihm den ring zeigen ich folgte ihm und seine mitschuldigen durch länder und mehre bis ich sie endlich in meine gewalt bekam den ring trug ich stets bei mir wenn sie sich vorgespielt hatten ich würde jemals von ihnen ablassen so täuschten sie sich völlig jetzt kann ich mit dem bewusstsein sterben dass mein lebenswerk erfüllt ist sie sind durch meine hand gefallen und ich habe nun nichts mehr zu wünschen und zu hoffen auf der welt ihre verfolgung ließ sich nicht leicht ins Werk setzen denn sie waren reich und ich arm mit leeren taschen kam ich in London an und sah ein dass ich irgendetwas ergreifen musste um meinen unterhalt zu erwerben da ich mit wagen und pferden gut umzugehen verstehe begab ich mich nach einem dröschken büro und fand bald beschäftigung wöchentlich musste ich eine bestimmte summe abliefern den überschuss durfte ich behalten er war zwar nur gering aber ich hatte gelernt mich mit wenig zu begnügen um mich in kalt aber sobald mir einmal die hauptsächlichsten Hotels und Bahnhöfe geläufig waren half mein guter Ortssinn alle Hindernisse zu überwinden es währte lange bevor ich die spur meiner Feinde entdeckte doch ließ ich in meinen Erkundigungen nicht nach bis ich wusste wo ich sie zu suchen hatte sie waren in Camberwell auf dem jenseitigen Flussufer in einem Lodgierhaus abgestiegen nun dass sie mich wieder erkennen würden fürchtete ich nicht ich hatte mir den Bart wachsen lassen und mein Aussehen war völlig verändert nur eine günstige Gelegenheit um mein Vorhaben auszuführen wollte ich abwarten ich folgte ihnen aufs Schritt und Tritt manchmal zu Fuß meistens aber mit einer Droschke weil ich dann sicher war sie einzuholen nur am frühen Morgen oder spät am Abend konnte ich noch dem Dienst nachgehen und kam bald in Rückstand bei meinem Brother das kümmerte mich jedoch wenig denn ich trachtete nur danach mir die leute nicht entgehen zu lassen sie mochten wohl ahnen dass ihnen Gefahr drohe und waren schlau genug die äußerste Vorsicht zu beobachten nie gingen sie nach Einbruch der Dunkelheit aus und stets traf man sie zusammen zwei wochen lang fuhr ich fast immer betrunken aber dafür hielt Stangerson unablässig die Augen offen hatte sich auch trotz meiner Ausdauer und Wachsamkeit bisher keine Gelegenheit zur Ausführung meines Plans geboten so verliere ich doch den Mut nicht denn eine innere Stimme sagte mir dass die Stunde der Vergeltung nicht mehr fern sei was ich am meisten fürchtete war dass mich mein Herz leiden an der vollendung dass eine Droschke vor der Tür ihres Hauses hielt bald darauf wurden Koffer herausgebracht drebber und stangerson erschienen auf der schwelle stiegen ein und der wagen rollte mit ihnen fort ich folgte in großer eile und bestürzung um sie nicht aus den augen zu verlieren als ich sie am oist toner bahnhof aussteigen sah rief ich einen knaben herbei um mein pferd hatte es noch mehrere stunden zeit wie ihnen der schaffner auf ihre frage mithalte stangerson schien hierüber sehr ungehalten während drevers miene er befriedigung verriet es gelang mir ihnen in dem gedränge so nahe zu kommen dass ich jedes wort ihres gesprächs verstand drebber sagte er habe noch eine kleine angelegenheit zu ordnen sein gefährte möge hier auf seine rückkehr warten als stangerson einspruch erhob weil sie beschlossen hätten beisammen zu bleiben entgegnete drebber sein geschäft sei delikater natur er müsse es allein besorgen stangersons antwort konnte ich nicht verstehen aber sie versetzte den anderen in wut mit einem wilden fluch fuhr er auf und schrie er möge nicht vergessen dass er nur ein bezahlter diener sei und ihm nichts zu befehlen habe der sekretär gab nun den vergeblichen widerstand auf und äußerte nur noch dass drebber ihn in hollidays privathotel aufsuchen möge falls er auch noch den letzten zug versäume jener versicherte jedoch er werde vor elf uhr wieder da sein und verließ den bahnhof nun endlich war der augenblick gekommen auf den ich so lange geharrt hatte die bösewichte waren in meine hand gegeben vereint konnten sie einander schützen getrennt hatte ich gewalt über sie doch wollte ich nicht übereilen und ging mit der größten besonnenheit zu werke die rache gewährt nur befriedigung wenn unser feind sich selbst bewusst wird wessen hand es ist die den streich gegen ihn führt und weshalb ihn die vergeltung trifft mir lag bei meinem plan vor allem daran dem schändlichen keinen zweifel zu lassen dass er die strafe für seine alte schuld erleide einige tage zuvor hatte ein herr der sich nach der brixton road fahren ließ um dort verschiedene häuser zu besichtigen den schlüssel zu einem derselben zufällig in meiner droschke vergessen er forderte ihn mir zwar noch am selben abend ab und erhielt ihn auch zurück aber ich hatte doch zeit gehabt einen abdruck davon zu nehmen nach welchem ich einen schlüssel zu meinem gebrauch anfertigen ließ so verschaffte ich mir den zugang zu einem platz in dieser großen stadt an dem ich sicher war ungestört zu bleiben es galt jetzt nur noch die schwierigste aufgabe zu lösen trevor nach diesem haus zu bringen er ging die straße hinunter und trat bald in diese bald in jene schenke in der letzten welche er aufsuchte blieb er wohl eine halbe stunde als er wieder zum vorschein kam schwankte er unsicher hin und her und ich sah ihn in einen drosch gesteigen natürlich fuhr ich dicht hinter ihm drein über die waterloo bridge und durch endlose straßen bis wir uns schließlich zu meiner verwunderung wieder vor dem losier haus befanden welches er vor kurzem verlassen hatte was ihn dorthin zurückführen könne begriff ich nicht während er ausstieg seine drosch gefortschickte und ins haus trat fuhr ich noch etwa hundert schritt weiter und wartete eine viertelstunde verging da wurden plötzlich im innern des hauses zornige stimmen laut die tür wurde aufgestoßen und ich sah einen jungen mir unbekannten menschen der drebber am kragen gepackt hatte mit einem kräftigen stoß schleuderte er ihnen die stufen hinunter bis in die mitte der straße warte du hund rief er und hob drohend den stock den er in der hand hielt ich will dich lehren ein rechtschaffendes mädchen zu beschimpfen er war in so heftigem zorn dass drebber es wohl geraten fand sich davon zu machen so rasch ihn seine beine tragen wollten er lief geradewegs auf meine droschke zu die an der straßenecke hielt in hollidays hotel rief er und sprang hinein als ich ihn glücklich im wagen hatte pochte mein herz vor freude so laut als wollte es zerspringen ich zwang mich ruhig zu bleiben fuhr langsam weiter und überlegte was nun zu tun sei einen Augenblick schwankte ich ob ich ihn nicht zur stadt hinaus fahren und in irgendeiner abgelegenen gegend die letzte unterredung mit ihm halten solle fast war ich schon dazu entschlossen als er selbst die frage entschied wir kamen an einer schenke vorbei und der trunken bolt konnte dem verlangen einzukehren nicht widerstehen er befahl mir zu warten und kam erst wieder heraus als die wirtschaft geschlossen wurde sein zustand aber nicht dass meine absicht war ihn mit kaltem blut umzubringen längst hatte ich beschlossen ihm noch eine möglichkeit der rettung zu gönnen wenn er auf meinen plan eingehen wollte während meines wanderlebens in amerika hatte ich auch eine zeit lang den aufseher posten in einem laboratorium bekleidet eines tages zeigte der professor bei seiner vorlesung über die gifte den studenten ein alkaloid wie er es nannte welches er aus einem südafrikanischen pfeilgift bereitet hatte und von dem wie er sagte selbst die kleinste dosis unmittelbar den tod nach sich ziehe ich merkte mir das fläschchen und sobald ich allein war entnahm ich demselben einige tropfen der flüssigkeit da ich mich auch auf das apothekerhandwerk verstand fertigte ich mir eine anzahl pillen an von denen einige vergiftet die anderen ganz unschädlich waren eine pille von jeder sorte tat ich in eine schachtel mit der absicht am tag der rechenschaft meinem feind die wahl zwischen beiden zu lassen und selbst die jenige zu verschlucken welche er übrig ließ es war so gut ein zweikampf auf tod und leben wie jeder andere nur würde er in der stille vor sich gehen seit mitternacht war längst vorüber ein heftiger wind hatte sich erhoben und der regen fielen strömen obgleich von nässe und kälte durchfröstelt jubelte ich doch innerlich vor freude zwanzig jahre lang hatte ich vergebens danach getrachtet wieder vergeltung zu üben jetzt endlich sollte mein heißes verlangen befriedigung finden aus dem dunkel tauchte vor meinem geist john ferriers gestalt auf und ich sah meine geliebte lucy mir zulächeln so deutlich wie ich jetzt sie meine herrin hier im zimmer sehe auf der ganzen fahrt schwebten die teuren schatten neben mir bis ich endlich vor dem haus in der brixton road hielt kein mensch war zu sehen nicht ein laut ließ ich vernehmen nur der regen rauschte her nieder in der drosch gelag drabber zusammengekrümmt da in seinem rausch und schlief ich fasste ihn beim arm sie müssen aussteigen rief ich schon gut kutscher gab er zur antwort ohne zweifel glaubte er bei dem hotel angekommen zu sein nach welchem erfahren wollte denn er verließ die droschke ohne ein weiteres wort und folgte mir durch den garten in das haus er schwankte hin und her so dass ich ihn stützen musste nun schloss ich die tür auf und brachte ihn in das vorderzimmer den ganzen weg lang schritten meine lucy und ihr vater immer vor uns her ich versichere sie hier ist verteufelt dunkel murmelte drabber umhertastend wir wollen gleich licht machen erwiderte ich holte streichhölzer aus der tasche und zündete die wachskerze an welche ich mitgebracht hatte und jetzt ihn auch drabber rief ich das licht empor haltend seht mich an kennt ihr mich er starrte mich eine weile mit ausdruckslosen blicken an plötzlich aber zuckte es krampfhaft in seinen zügen und das entsetzen welches sich darin spiegelte sagte deutlicher als worte dass er seinen feind erkannt habe sein gesicht wurde erdpfahl der angstweiß trat ihm auf die stirn und er bebte wie es ich lehnte ihm gegenüber an der tür und betrachtete ihn mit wollust so süß hatte ich mir die rache kaum vorgestellt ihr erbärmlicher mensch rief ich vom salz her bin ich eurer spur gefolgt und steht seid ihr mir entgangen aber jetzt sind wir am ende unserer wanderung denn einer von uns beiden wird die sonne des morgenden tages nicht mehr aufgehen sehen er schreckte noch weiter vor mir zurück sicherlich glaubte er dass ich im wahnsinn spräche ich war auch nahe daran vor maßloser erregung den verstand zu verlieren meine pulse pochten wild und wer weiß was mir zugestoßen wäre hätte mir nicht einen blutstrom der mir aus der nase quoll plötzlich erleichterung gebracht denkt an luciferia rief ich und hob drohend den schlüssel empor mit dem ich die tür hinter uns abgeschlossen hatte die strafe für eure missetat hat sich lange verzögert aber endlich ereilt sie euch doch mit bebenen lippen stand der feigling vor mir er hätte wohl gerne um sein leben gefleht doch wußte er nur zu gut dass ich kein erbarmen haben würde sie wollen mich ermorden stammelte er von mord ist hier keine rede wer einen tollen hund tötet mordet nicht habt ihr etwa mitleid gefühlt für die geliebte meines herzens als ihr sie von der seite ihres erschlagenen vaters risset um sie in euren verruchten harem zu schleppen ihr vater ist nicht durch meine hand gefallen aber dass ihr das herz brach ist eure schuld so soll denn der große gott richter sein zwischen mir und euch ich hielt die welche ihr übrig lasst nehme ich lasst uns sehen ob es noch gerechtigkeit auf erden gibt oder ob uns der zufall regiert er wandte sich vor todesangst und flehte um gnade statt der antwort zog ich mein messer und hielt es ihm an die kehle bis er mir den willen getan hatte dann verschluckte ich vergessen als er die ersten anzeichen des gifts verspürte und wußte er habe das todeslos gezogen ich hielt ihm triumphierend lucys trauring vor die augen es war nur ein moment denn die wirkung des alkaloids erfolgte schnell seine züge verzerrten sich er griff mit den händen in die luft stieß einen wilden schrei aus und fiel schwer zu boden ich fühlte nach tauchte den finger in mein blut das noch immer herab getropft war ohne dass ich es beachtet hatte und schrieb das wort rache an die wand ob ich das zu meiner eigenen befriedigung tat oder um die polizei auf eine falsche fährte zu locken ist mir selbst nicht klar ich hatte von geheimen gesellschaften gehört die auf solche weise ihre opfer zeichnen nun verließ ich strecke gefahren sein als ich lucys trauring vermisste den ich immer in meiner brusttasche trug es war das einzige erinnerungszeichen an sie welches ich besaß und der verlust traf mich wie ein donnerschlag wahrscheinlich hatte ich den ring verloren als ich mich über drabers leiche beugte ich musste ihn wiederhaben um jeden preis rasch entschlossen kehrte ich um ließ die droschke in einem polizisten in die arme gelaufen der eben aus dem gittertor trat es gelang mir seinen argwohn zu beschwichtigen indem ich mich sinnlos betrunken stellte ihn noch draber hatte seinen verdienten lohn gefunden nun sollte auch stangerson für john ferriers tod büßen ich wartete den ganzen tag über auf ihn in der nähe von holliday's hotel aber er ließ sich nicht blicken drabers diesmal nützte ihm alle vorsicht nicht welches sein stumfenster sei brachte ich leicht in erfahrung und mit hilfe einer leiter die noch von einem bauher in einer nebengasse lag stieg ich beim morgengrauen in sein schlafzimmer ein ich weckte ihn und kündigte ihm an dass die stunde der rechenschaft gekommen sei und er seine alte schuld bezahlen müsse nachdem ich ihm drabers tod geschildert bot ich ihm dieselbe wahl an wie seinem gefährten er aber hörte kaum auf mich wie rasend sprang er aus dem bett und mir an die kehle aus notwehr stieß ich ihm zu meiner eigenen rettung mein messer in die brust der tod hätte ihn ja sowieso ereilt denn sicherlich würde seine schuldige hand die vergiftete pille gewählt haben die Wege der kräften zu ende geht ich wollte das kutscher handwerk weiter treiben bis ich genug geld beisammen hätte um nach amerika zurück zu kehren als ich heute in unserem hof stand hörte ich einen zerlumpten jungen nach einem kutscher namens jefferson hope fragen er war von einem herrn in der baker street geschickt um meine droschke zu holen ohne den geringsten argwohn folgte ich den boten bevor ich aber noch echt wusste wie mir geschah hatte mir schon der junge mann hier die handschellen angelegt und ich war ihr gefangener sie kennen jetzt meine ganze lebensgeschichte vielleicht gelte ich in ihren augen dennoch für einen mörder ich aber meine herren lebe der festen überzeugung dass ich gerade so gut ein diener der gerechtigkeit bin wie sie selber Jefferson Hope zuhörten sogar die beiden detektive die doch durch ihren ruf gegen das verbrechen in jeder form abgestumpft waren zeigten ein warmes interesse als er geendet hatte saßen wir noch eine weile stumm und nachdenklich da und man hörte nur Lestrads Bleistift über das Papier fahren während er seinem stenografischen Bericht die Schlussworte hinzufügte nur eins möchte ich noch wissen unterbrach endlich Sherlock Holmes die Stille wer war ihr helfer helfer der auf meine anzeige hin den ring zu holen kam der gefangene schüttelte den kopf anderer leute geheimnisse darf ich nicht verraten sagte er es könnte sie in ungelegenheiten bringen ich war ungewiss ob man mir nicht eine falle stelle und mein freund erbot sich den ring statt meiner zu holen sie werden zugeben dass er die sache geschickt ausgeführt hat das will ich meinen bestätigte Holmes lächelnd nun meine herrin nahm der inspektor das wort dem gesetz muss genüge geschehen nächsten donnerstag wird der gefangene dem richter vorgeführt werden wobei ihre gegenwart erforderlich ist bis dahin übernehme ich die verantwortlichkeit für ihn es klingelte worauf zwei polizisten erschienen welche jefferson hope in gewahrsam brachten ich aber kehrte in begleitung meines freundes Holmes nach unserer wohnung in der baker street zurück siebentes kapitel schluss wir hatten sämtlich eine gerichtliche vorladung auf donnerstag erhalten als jedoch der festgesetzte termin herankam bedurfte man unseres zeugnisses nicht mehr ein höherer richter hatte die sache in die hand genommen und jefferson hope zur rechenschaft vor sein tribunal gefordert in der nacht nach seiner gefangennahme trat das erwartete ende ein und man fand ihn am morgen tot in seiner zelle ein friedliches lächeln lag in seinen zügen als habe die erinnerung an ein wohl angewendetes leben und glücklich vollbrachtes werk ihm noch die letzten augenblicke versüßt am abend saß ich mit Holmes in unserem gemeinschaftlichen Wohnzimmer am Kamin und wir besprachen das Ereignis dieser todesfall macht Gregson und Lestrade einen rechten strich durch ihre rechnung sagte mein freund sie werden sehr unglücklich darüber sein wo bleibt nur ihr pomphafter zeitungsbericht und der lohn für all ihre anstrengung mir scheint doch dass sie mit der gefangennahme wenig zu tun gehabt haben versetzte ich in dieser welt kommt es nicht so wohl darauf an was man wirklich tut rief mein gefährte nicht ohne einen anflug von bitterkeit als darauf dass man den leuten einen hohen begriff von seinen taten beizubringen weiß aber einerlei fuhr er nach einer pause in heiterem ton fort ich hätte mir den fall um keinen preis entgehen lassen mögen es ist einer der besten die mir je vorgekommen sind trotz seiner einfachheit enthielt er mehrere äußerst lehrreiche punkte das nennen sie einfach holmes lächelte über mein erstaunen nun ja wie wollen sie es anders bezeichnen sagte er schon der umstand dass ich ganz allein nur mit hilfe einiger alltäglicher schlussfolgerungen innerhalb drei tagen des verbrechers habhaft geworden bin ist doch der schlagendste beweis für die einfachheit des falles wohl war gab ich zu ich habe ihnen schon früher alles ungewöhnliche eher eine erleichterung als ein hindernis ist bei der lösung eines solchen problems kommt es hauptsächlich darauf an ob man imstande ist rückschlüsse zu machen das ist eine sehr nützliche und leicht zu erwärmende fertigkeit aber nur wenige leute haben übung darin die synthetische methode erscheint den meisten leichter als die analytische was das heißen soll verstehe ich nicht das glaube ich gern und will mich näher erklären nach meiner Erfahrung werden die meisten leute denen man verschiedene ereignisse die stattgefunden haben der reihe nach erzählt zu sagen wissen welches resultat sich daraus ergeben wird dagegen gibt es nur wenige menschen die wenn man ihnen ein resultat mitteilt imstande sind sich zu vergegenwärtigen auf welche art es sich entwickelt welche Schritte stufenweise zu dem ergebnis hingeleitet haben können diese fertigkeit rückschlüsse zu machen nenne ich die analytische methode das klingt schon weniger dunkel sagte ich in unserem fall lag das ergebnis klar zu tage alles übrige mussten wir aber selber finden ich will ihnen nun einmal schritt für schritt zeigen wie ich meine schlüsse gezogen habe fangen wir beim anfang an ich näherte mich wie sie wissen dem haus zu fuß und ohne alle voreingenommen heit natürlich untersuchte ich zunächst die straße und fand da wie ich ihnen schon sagte deutliche anzeichen dass eine droschke bei nacht vorgefahren sein müsse das ist kein privat wagen gewesen erkannte ich an der schmaleren räderspur bei unseren londoner fuhrwerken ist der unterschied ziemlich bedeutend nachdem ich über diesen punkt gewissheit hatte ging ich langsam fußstapfen mit großer deutlichkeit abgedrückt sie haben vielleicht nur pfützen gesehen und zertretenes erdreich aber für mein erfahrenes auge war jedes merkmal von bedeutung die beobachtung der fußspuren wird im allgemeinen von den detektiven viel zu sehr vernachlässigt ich habe stets großen wert darauf gelegt und sie ist mir durch fleißige übungen zur zweiten natur geworden ich konnte die schweren tritte der schutzleute verfolgen aber ich sah auch die spuren der beiden männer die zuerst durch den garten gegangen waren dass jene den weg später gemacht hatten unterlag keinem zweifel denn ihre fußstapfen verdeckten die anderen an manchen stellen gänzlich somit war das zweite glied in meiner kette gefunden ich wusste dass zwei nächtliche besucher da gewesen waren der eine ungewöhnlich groß was sich aus der länge seines schrittes ergab der andere fein und modisch gekleidet wie der abdruck der schmalen eleganten stiefel bekundete beim eintritt in das haus fand ich letztere vermutung bestätigt der feingestiefelte mann lag vor mir also musste der andere der große den mord begangen haben wenn ein solcher überhaupt verübt worden war eine Wunde ließ sich an dem Tod nicht schicksal vorausgesehen habe ein solcher ausdruck der unruhe findet sich nie bei einem menschen der an herzschlag oder aus einer anderen natürlichen ursache eines plötzlichen todes stirbt ich roch an den mannes lippen entdeckte eine verdächtige säure und schloss daraus dass er gezwungen worden sei gift zu nehmen freiwillig hatte er es nicht getan denn grimmiger hass und todesfurcht standen ihm ins gesicht geschrieben ein solcher gift mord ist übrigens durchaus kein unerhörtes vorkommnis in der geschichte des verbrechens und steht nicht vereinzelt da jeder der sich mit toxikologie beschäftigt hat denkt dabei unwillkürlich an die fälle dolzky in odessa und leturi in montpellier nun aber kam die große frage nach dem beweg grund ein raub konnte nicht beabsichtigt sein denn weder des toten bürse noch seine urwaren entwendet worden handelte es sich vielleicht um politische zwecke oder war eine frau im spiel ich neigte mich von anfang an letzterer meinung zu der politische fanatiker bringt seine opfer so rasch als möglich um und ergreift die flucht dieser mord war aber im gegenteil mit allem vorbedacht ausgeführt worden und man konnte im ganzen zimmer die an der wand bestärkte mich nur in dieser ansicht und als zuletzt der traurig zum vorschein kam hielt ich die frage für entschieden der mörder hatte ihn vermutlich benutzt um sein opfer an ein früheres verhältnis zu irgendeinem mädchen zu erinnern um hierüber aufschluss zu erhalten fragte ich grexon ob er in seinem telegramm um nachricht über dravors vorgeschichte gebeten allen einzelheiten bestätigt es musste sein eigenes blut sein das auf den fußboden getropft war denn ein kampf hatte nicht stattgefunden und überall wo er umhergegangen war sah man die blutspuren dass ich glaubte der mann sei vollblütig von kräftigem wuchs und blühender gesichtsfarbe war sehr natürlich hätte ihm sonst die bloße innere aufregung ein so heftiges nasenbluten verursachen können von den augenschein überzeugt nachdem ich das haus verlassen hatte telegrafierte ich sofort an den polizei inspektor in cleveland und bat um auskunft über enoch draebers eheliche verhältnisse die antwort klärte mich über verschiedene wichtige punkte auf sie lautete dahin dass draeber schon einmal den schutz des gesetzes gegen einen früheren nebenbuhler namens jefferson hope angerufen habe und dass besagter hope sich jetzt in europa befinde hierdurch bekam ich den schlüssel des ganzen geheimnisses in die hände und es handelte sich jetzt nur noch darum des mörders habhaft zu werden der mann welcher mit draeber in das haus gegangen war hatte auch die draschke gefahren das stand fest sein pferd war auf der straße sich selbst überlassen geblieben und hatte den wagen bald hierhin bald dorthin gezogen wo anders konnte der kutscher unterdessen gewesen sein als drinnen im haus es lag ja auch auf der hand dass er weit sicherer war unentdeckt zu bleiben wenn er sein verbrechen ohne zeugen beging diese erwägung veranlasste mich jafferson hope unter den droschken kutschern der hauptstadt zu suchen dass er noch unter ihnen zu finden sein müsse wurde mir bald zur gewissheit wenn er dies gewerbe ergriffen hatte um seinen rache plan leichter ausführen zu können so durfte er es nicht gleich nach vollbrachter tat aufgeben das hätte verdächtig aussehen können seinen namen hatte er schwerlich verändert da er hier völlig unbekannt war nachdem ich dies alles erwogen hatte schickte ich die bande meiner getreuen zu jenem droschken besitzer londons bis sie den man aufgespürt hatten nachdem ich suchte wie gut ihnen das gelang und wie schnell ich die gelegenheit beim schöpfen nahm haben sie selbst gesehen stangersons ermordung kam mir ganz unvermutet hätte sich aber schwerlich verhindern lassen sie brachte mich in den besitz der pillen deren vorhandensein ich bereits ahnte und dadurch wurde auch noch mein letzter zweifel gehoben mein ganzes verfahren beruhte wie sie sehen auf einer zusammenhängenden kette logischer schlüsse in welcher ein glied genau an das andere passt sie sind ein merkwürdiger mensch rief ich ihre verdienste sollten öffentlich anerkannt werden sie müssen einen bericht über den fall drucken lassen tun sie es nicht so werde ich es übernehmen halten sie das wie sie wollen doktor entgegnete holmes es kommt doch alles auf eins durch den plötzlichen tod eines gewissen hope des mutmaßlichen mörders von enoch drebber und joseph stangerson ist dem publikum eine interessante gerichtsverhandlung entgangen die einzelheiten des falls wären jetzt vermutlich für immer in dunkel gehüllt bleiben nur so viel hören wir aus guter quelle dass es sich um eine langjährige romantische feindschaft handelte bei der das mormonentum und eine alte liebe wichtige rollen spielten die beiden opfer scheinen in früheren zeiten zu den heiligen des jüngsten tages gehört zu haben und auch der im gefängnis verstorbene hope kam aus der stadt am salzsee obgleich der fall nicht mehr öffentlich verhandelt werden kann so liefert er doch einen neuen schlagenden beweis von der vortrefflichkeit unserer Londoner geheimpolizei alle fremden mögen es sich gesagt sein lassen dass sie wohl daran tun ihre streitigkeiten daheim auszufechten statt sie auf britischen grund und boden zu verpflanzen es ist ein offenes geheimnis dass wir hopes gefangennahme nur dem scharfsinn und der geschicklichkeit der beiden wohlbekannten detektive lestrade und grexon zu verdanken haben der mann soll in der wohnung eines gewissen sherlock holmes verhaftet worden sein welcher selbst talent und interesse für polizeiliche forschung an den tag legt ein dilettant der solche lehrmeister hat darf hoffen ihnen mit der zeit an gewandtheit ähnlich zu werden dass den beiden ausgezeichneten beamten eine angemessene belohnung für ihre wertvollen dienstleistungen zu teilen werden möchte ist dringend zu wünschen sagte ich ihnen nicht gleich als wir damals unsere fahrt antraten wie alles kommen würde rief sherlock holmes lachend der ganze erfolg der aus unseren forschungen und bemühungen erwächst ist dass sie eine belohnung erhalten seien sie unbesorgt rief ich in meinem tagebuch stehen sämtliche tatsachen verzeichnet das publikum soll kenntnis davon erhalten und wird dem wahren verdienst die gebührende anerkennung nicht versagen